Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich allen da draußen, die vor den Bildschirmen sitzen, hier aus dem WBAK Studios, für manche schon vielleicht wie gewohnt, zu unserem nächsten Seminarteil Injektionen von Bauteilen Teil 1. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Heiko Beberl, ich bin seit fast 23 Jahren hier bei der Firma WBAK beschäftigt, Vertriebsleiter WBAK Süd für Süddeutschland zuständig. Neben mir sitzt mein lieber geschätzter Kollege, wo da steht, Benjamin Reich. Darfst du mir bitte vorstellen? Ja, danke Heiko. Ja, schönen guten Morgen an alle Seminarteilnehmer. Mein Name ist Benjamin Reims, bin jetzt im 20. Jahr bei der Firma WBAK und bin verantwortlich für den Bereich Anwendungstechnik, Schulungen und natürlich auch für den Vertrieb im Süden Deutschlands. Ich wünsche Ihnen ein schönes Seminar, schön, dass Sie mit dabei sind. Danke Benni. Wir sind nicht alleine hier im Seminarraum, hier bei uns am Hanskampring. Nein, wir haben unseren geschätzten Kollegen Roland Benz auch noch mit an Bord, der den Chat mit betreuen wird und ich würde ganz gerne Roland bitten, sich auch mal ganz kurz vorzustellen. Ja, schönen guten Morgen auch an alle Teilnehmer von meiner Seite aus dem Hintergrund. Die Hintergrundstimme meldet sich. Ich bin jetzt seit circa neun Jahren mit dem Unternehmen als Anwendungstechniker und für den Vertrieb in Nordniedersachsen, Bremen, Hamburg und Chiesbich-Holstein und Teile von Mecklenburg-Vorpommern zuständig. Ich betreue heute den Chat hier bei diesem Seminar. Dieser Chat wird so ablaufen, dass das ein privater Chat ist. Ihre Fragen, die Sie stellen und die Sie häufig auch stellen können, egal welche, sieht natürlich kein anderer, sondern nur wir. Wir werden versuchen, da Cluster daraus zu bilden und Ihre Fragen am Ende des Seminars noch mal zu beantworten. Sollten die Fragen, die Sie gestellt haben, nicht beantwortet werden können in unserer Sendezeit, werden wir sie natürlich im Nachgang noch mal kontaktieren und die Fragen hoffentlich zu Ihrer Zufriedenheit auch beantworten können. Ich wünsche uns gemeinsam viel Spaß dabei. Danke, Roland, für deine einleitenden Worten zum Chat. So, dann lassen Sie mal ganz kurz mit einer Firmenvorstellung loslegen. Wer sind wir? Was sind wir? Wo sind wir? Die Firma Weberg ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz im Osten von Hamburg, eben im Basbüttel. Wir produzieren hier seit ungefähr 1978 die chemischen Produkte. Diese werden hier über Forschung und Entwicklung entwickelt, produziert, Qualitätssicherung. Die gesamte Logistik sitzt hier in Hamburg, so dass wir die Materiale hier nicht nur in Norddeutschland, Hamburg, ganz Deutschland, sondern auch von hier aus weltweit verschiffen können. Und das wird auch so gemacht. Ganz speziell, da wo wir beide oder wir drei uns jetzt befinden, das ist unser Seminarzentrum Hans Kampring, wo eben auch das Studio aufgebaut ist. Wir finden im Prinzip die internen Seminare statt, die externen Seminare, die heutige Schulung, aber auch Trainings und Workshops für ganz spezielle Teilbereiche, die den einen oder anderen vielleicht sicherlich schon mal mitgemacht hat oder gesehen hat. Auf alle Fälle ist das Seminar oder so Fortbildung, denke ich, immer mal eine Reise wert zu uns in die Firma. Lassen Sie uns jetzt mit dem eigentlichen Thema bitte loslegen, Injektion von Bauteilen Teil 1. Sie sehen es, Teil 1. Aufgrund der gesamten Komplexität dieses Themas an sich haben wir das Seminar in zwei Teile geteilt. Teil 1 findet eben heute statt, Teil 2 für Sie interessant am 1. April dann. Kein April-Scherz in diesem Fall, es ist wirklich der 1. April, also von heute aus in vier Wochen, um im Prinzip hier alles überhaupt unterbringen zu können. Da glauben Sie mir, Benni und ich, wenn wir wollen, wir könnten darüber 12 Stunden, 14 Stunden, 16 Stunden ohne Pause reden. Das würde Sie völlig überfordern. Also haben wir es versucht, kompakt zu gestalten, interessant zu gestalten und wir nehmen Sie jetzt im Prinzip auf diesem Weg mit. Wir sehen hier jetzt auf der Folie eingeblendet, die einzelnen Themenpunkte, die es heute eben gibt. Das ist einmal Punkt 1, Bauzustandsanalyse. Hier werden wir sicher etwas mehr ins Detail gehen, weil das einfach aus unserer Sicht lebensnotwendig ist für Sie auf der Baustelle, egal ob in der Planung oder Ausführung, aber genauso für uns als Berater, für Sie, egal wer Sie sind, ganz genauso elementare Ursachen hat. Also bei Punkt 2, Anwendungsbeispiele. Hier werden wir vier Beispiele bringen aus der Praxis, welche gut oder weniger gut gelaufen sind, weil niemand ist perfekt und man muss auch immer wieder was dazulernen und ich denke mal, da werden wir sicher den einen oder anderen Punkt haben, der für Sie interessant sein könnte. Dann kommen wir zu den einzelnen Produkten und Produktgruppen und Anwendungen sozusagen. Punkt 4, eben speziell noch Pumpen- und Packertechnik. Das werden Sie dann sehen, gerade im Zusammenhang mit den Baustellen, wie wichtig das Ganze ist, dass wir auch hier die richtige Technik eben haben. Punkt 5, dann noch Zusammenfassung und wichtige Hinweise. Und Punkt 6, hat Roland schon erklärt, Chatfragen, die wir natürlich versuchen, dann in aller Kürze zu beantworten, sodass wir dann auch glücklich aus dem Seminar wieder rausgehen können, alle Beteiligten. So, soviel zur Einleitung. Ich würde jetzt sagen, Benni, jetzt darfst du übernehmen. Vielen Dank, Heiko, für die prima Einleitung und für die wichtigen Worte am Anfang. Wir haben versucht, ein Programm zu bauen, wofür jeden etwas mit dabei ist und ich denke, da kann sich jeder auch das ein oder andere mitnehmen. Wir wissen, wir haben erfahrene Teilnehmer mit dabei, wir haben auch Starter mit dabei, wir haben Planer mit dabei und ich hoffe, dass wirklich am Ende jeder etwas davon dann eben mitnehmen kann. Die Bauzustandsanalyse, Heiko hat das schon angesprochen, ist natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil in unserer Beratung, in unserer täglichen Aufgabe. Wir stellen zwar grundsätzlich nur Produkte her, aber diese sind natürlich beratungsintensiv und wir wollen sie da natürlich, wie gehabt, gerne unterstützen. Und deswegen haben wir Ihnen hier im Bereich der Bauzustandsanalyse ein paar wichtige Eckpunkte dargestellt. Das sind einzelne Punkte, nicht immer vollumfänglich, sondern in Teilbereichen nur angeschnitten. Aber es besteht ja die Möglichkeit, im Nachgang dann auf jeden Fall auch das klärende Gespräch oder das weiterführende Gespräch zu suchen. Gucken wir uns die Projekte grundsätzlich an. Meistens ist es so, Sie rufen uns an, die Planer rufen uns an, dann gibt es ein paar spärliche Informationen. Was können wir denn jetzt an Abdichtung mit Ihren Materialien machen? Dann stellen wir im Umkehrschluss wieder jede Menge Fragen. Wie ist denn das Projekt allgemein? Gibt es ein paar wichtige Infos dazu? Wir sehen das hier unter dem Punkt der Projektbeschreibung. Wo steht das Projekt? Steht es im Wasser? Gibt es nur Feuchtigkeitsschäden, wetterabhängig? Das sind natürlich ganz wichtige Fragen für uns. Vor allen Dingen dann auch die Fragen hier im zweiten Punkt mit Bauwerk dargestellt. Wie ist die Wand aufgebaut? Wir ahnen es vielleicht. Häufig kommen wir in Gespräche oder in Situationen, wo wir dann fragen, Ja, wie dick sind denn die Winde überhaupt oder woraus sind sie gemauert oder wie dick ist der Beton? Und dann wird ganz häufig schon mit den Ärzeln gezuckt und diese Informationen gibt es nicht. Das ist natürlich nicht ausreichend, um Sie da vernünftig beraten zu können. Und so ist es eben wichtig für uns, dass wir Wandaufbauten, die Materialien, die Baustoffe praktisch kennen, vorhandene Abdichtungslagen, die vielleicht defekt erscheinen und so weiter, dass man solche Sachen vielleicht im Vorfeld dann bekannt gibt. Ja, und die Ursachen durch Feuchtungen, ob es sich jetzt um Risse und Hohlräume handelt, das Thema werden wir heute noch angucken, Heiko. Boden- und Bauteilsetzungen ist ein ganz, ganz großes Thema, wird dann hauptsächlich im zweiten Teil dann auch nochmal angesprochen werden. Und dann kommt natürlich jetzt auch bestimmte Rohrleitungen, Wasserrohrleitungen, Drainagesysteme, die auch immer eine Rolle spielen können, um das Ganze dann abzudichten. Um Ihnen so einen kleinen Überblick in diese Richtung zu geben, haben wir diese Darstellung mal gebracht. Das ist ein Bild von den Kollegen aus Berlin, die einfach darstellen soll, überlegen Sie sich bitte an Ihrem Projekt, wo stehen Sie, wo halten Sie sich auf und welche Wassereinwirkungen, Schadenseinwirkungen finden Sie hier praktisch vor. In der Animation sehen Sie hier Arbeitsfugen, Betonierabschnitte, dann Risse in der Bodenplatte, typischerweise Boden-Wandanschluss. Das sind alles ja Dinge, die zu Undichtigkeiten führen und wo Sie uns hier ansprechen, hey, habt ihr da nicht was, wo man was machen kann? Und ich denke, es ist für alle verständlich, dass es ein himmelweiter Unterschied ist, ob man oben im Erdgeschoss steht oder vielleicht im dritten Untergeschoss einer Tiefgarage, wo man es vielleicht mit anderen Wasserdrücken und sonstigen Verhältnissen hat. Ja, wozu werden die Injektionen überhaupt angewandt? Allgemein haben wir es, glaube ich, schon gesagt, ist so der große Bereich der Abdichtung. Gerade wenn es um Abdichten gegen Wasser geht, sind wir, glaube ich, die Spezialisten. Ich glaube, haben wir uns alle bewiesen. Roland nickt im Hintergrund auch. Eindringen korrosionsfördernder Stoffe ist, denke ich mal, auch klar. Ja, der Korrosionsschutz kann im Sonderfall auch mit ausgeführt werden. Ja, und der Abdichtung gegenüber steht dann häufig eben wieder die Herstellung der Tragfähigkeit. Wenn, ich sage mal, die Bausubstanz alt geworden ist, wenn die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben ist, Risse dazu führen, dass eben die Statik nicht mehr eingehalten werden kann, dann sind Sie bei der WEBAK in den richtigen Händen. Und ich denke, da können wir auch die richtigen Produkte dann liefern. Gucken wir uns die Betontechnologie oder meinetwegen auch übergeordnet, machen wir teilweise die Mauerwerks-Technologie so ein bisschen an, wodurch entstehen denn Schäden, wodurch entstehen denn Undichtigkeiten, wodurch entstehen Risse? Und ich denke, da können Sie als Spezialisten jede Menge bestätigen, dass Risse, Hohlräume auch schon aus den Betoneigenschaften entstehen können. Bei der Erhärtungsphase, hinterher beim Austrocknen oder beim Schwinden, wie auch immer man das ausdrücken will, bei der Herstellung werden häufig Fehler gemacht. Ich denke, das brauchen wir Ihnen auch nicht ausführlich zu erzählen. Personalprobleme auf den Baustellen sind ebenfalls bekannt. Was für uns grundsätzlich wichtig ist, sind eben diese Schadensmechanismen, besonders eben aus Beanspruchungen. Ja, und ob das jetzt Belastungen sind, immer erhöhte Belastungen, zum Beispiel bei Autobahnbrücken, wo immer mehr und immer schwererer Verkehr rüberrollt. Ganz aktuell das Thema ja zum Beispiel Sauerlandlinie, wo Brücken dann massenweise abgerissen werden müssen. Ganz, ganz großes Thema. Aber darüber hinaus natürlich auch statische Veränderungen, also behinderte Systemverformungen, die sich einstellen können. Dann haben wir die Setzungen, Bauteilsetzungen, die zu Rissen, Abrissungen und damit Abdichtungen führen. Und ganz, ganz wichtig für uns hier dieser Punkt der Temperatureinflüsse. Temperatureinflüsse, was meint er denn damit? Ja, es gibt tatsächlich Bauteile, die sich in Abhängigkeit von den Temperaturwechseln bewegen. Ob das jetzt Winter, Sommer ist, ob das nur tagsüber und Nacht ist oder eben kurzfristig aufgrund irgendwelcher anderen Belastungen, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Ich habe Ihnen hier mal einen Auszug aus den Regelwerken dargestellt, was jetzt das Messen von Rissbewegungen betrifft. Und Sie sehen es in der Mitte so ein bisschen farblich rot und blau gekennzeichnet, dass also der Planer die Rissbreiten morgens und abends zu messen hat, nämlich jeweils dann, wenn das Bauteil möglichst abgekühlt ist, sich zusammengezogen hat. Dadurch entsteht meistens die maximale Rissbreite. Und abends, wenn sich das Bauteil, ob es der Beton ist oder das Mauerwerk, hat sich ausgedehnt, hat sich praktisch, die Risse haben sich verschmälert. Und dann haben Sie im Prinzip zwei verschiedene Messdaten. Warum ist das so wichtig? Die Rissbewegungen sind eines der größten Probleme, die wir im Nachgang nach vorhandenen und durchgeführten Injektionen immer haben. Nämlich dann, wenn entweder die verpressten Bereiche wieder aufgehen, Wasser im Nachgang vielleicht wieder durchkommt oder im Fall von statischen Ertüchtigen auf einmal neue Risse entstehen, die vorher gar nicht da gewesen sind. Und diese Problematik, ich denke, das kennen Sie auch als Fachpublikum, kann untersucht und kann gemessen werden. Eben hier mit einem Rissmonitor wie in einem oberen Bild. Rechts mit einer einfachen Gipsmarke kann man das durchaus machen, die man allerdings interpretieren können muss. Und natürlich gibt es dann auch diese induktiven Wegaufnehmer, die man auch elektronisch auswerten und ausmessen kann, die dann eben diese Erfahrungen weitergeben. Für uns ist das immer sehr, sehr wichtig, dass man da einfach ein paar Eckdaten für bekommt. Die Unterscheidung, ob sich ein Bauteil bewegt oder nicht, ist zumindest das Mindestmaß, was wir dann brauchen. Wenn es dann wirklich um filigrane Rissinjektionen usw. geht, macht es Sinn, dass man dann auch etwas konkretere Werte hat. Okay, ja, die weitere Problematik in dem Injektionsbereich, die uns immer wieder begleitet ist, man spricht immer ja von Rissinjektionen oder Arbeitsfugeninjektionen. Immer mehr, und Sie werden es gleich bei Heikos und auch bei meinen Praxisbeispielen sehen, handelt es sich nicht eben nur um Risse, sondern eben auch um Hohlräume in der Konstruktion. Ob das jetzt Fehlstellen sind, Lunker, Kiesnester etc., spielt jetzt erstmal für uns keine so große Rolle. Aber Hohlräume in den Konstruktionen haben Sie sicherlich auch schon festgestellt. Und ob dies hier noch Hohlräume sind oder ob das jetzt eine tragfähige Stütze sein kann, das können Sie sich bitte dann selber überlegen. Ja, dass auf unseren Vor-Ort-Seminaren oder wenn wir ein bisschen mehr Zeit haben, ja, wie untersucht man denn Risse, wie untersucht man Bauteile bezüglich der Aufbauten, kommen wir auch meistens nicht drum herum zu sagen, ja, Sie müssen leider einen Bohrkern ziehen, um eben Hinweise zum Beispiel über den Rissverlauf, über die Risstiefe zu bekommen oder eben auch, wie eben angesprochen, über die Hohlräumehaltigkeiten eines Bauteils. Ganz, ganz wichtig, dass man solche Sachen eigentlich mit einem Bohrkern unterstützt, damit man das im Prinzip herausbekommt. Natürlich geht das nicht immer. Es ist auch nicht immer die Objektgröße da. Wenn wir gegen drückendes Wasser arbeiten oder mit Feuchtigkeit zu tun haben, wird man den Teufel tun, den Bohrkern zu ziehen. Erklärt sich von alleine. Nichtsdestotrotz ist es eben zur Bauzustandsanalyse eine wichtige Eigenschaft. Können wir keinen Bohrkern ziehen, bleibt uns ganz, ganz wichtig, dieser Punkt, der In-Augenscheinnahme. Danke, Sven, für's nochmal größer machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese In-Augenscheinnahme von Ihnen als Fachmann, vielleicht von Ihren Mitarbeitern als Ausführer oder auch vom Planer, ist natürlich auch elementarer Bestandteil einer vernünftigen Bauzustandsanalyse. Und gerade der Fachmann, der sich etwas anguckt, sollte schon ein bisschen was dazu sagen können. Wir unterteilen hier den Bereich in drei, vier, fünf Unterpunkte. Den Bereich des Feuchtezustandes möchte ich gerne nutzen, um die Bauzustandsanalyse nochmal hervorzuheben. Sven, sei so gut, spiel mir bitte mal das Video von den Kollegen aus Berlin ein. Ein ganz tolles Video, wo wir hier einen Rissen einer Bodenplatte sehen, der offensichtlich wasserführend ist. Der Kollege pustet hier jetzt Druckluft rein und jetzt gibt er nochmal Volldampf. Und gucken Sie mal, was hier an der Konstruktion passiert, was hier also an Bewegungen sich darstellt. Jetzt schnuppert er nochmal. Ist das stehendes Wasser, sich bewegendes Wasser? Auch das kann man oder muss man interpretieren. Und dieses Video ist unheimlich aussagekräftig. Denn Sie oder auch wir, unterstützen Sie da ja gerne, müssen uns Gedanken machen. Ist das jetzt einfach ein wasserführender Riss? Ist das vielleicht wie in dem mittleren Bild unten zu erkennen, vielleicht hohliegende Bewährungsstähle, Matten oder einzelne Stabstähle? Heiko kann da auch ein Lied von singen, der hat solche Projekte auch häufiger. Oder handelt es sich wirklich um größere Hohlräume, wo dann wirklich stehendes oder leicht drückendes Wasser innerhalb der Konstruktion ist? Herzlichen Dank nochmal Bodo für dieses Video. Das sind wirklich tolle Hinweise auch zur Bauzustandsanalyse, dass man hier also dann die richtigen Arbeitsschritte wählt. Ja, dann ist im Bereich der In-Augenscheinnahme ein weiterer Unterpunkt zu sehen. Verunreinigungen, Ablagerungen, Aussinterungen und bereits vorhandene Füllgüter habe ich jetzt bewusst zusammengefasst. Ich will Ihnen hier einfach ein paar einzelne Bilder zeigen, die Sie alle, denke ich mal, aus der Praxis kennen. Zum Beispiel hier die Aussinterungen. Hier stellt sich ja immer der Begriff der Selbstheilung bei Betonbauteilen. Dann haben wir ein ganz spezielles Thema, wo Sie auch bei der Firma Weback richtig sind. Öle, verfettete Untergründe, auch in Tiefgaragen, Parkhäusern, Tankstellen, Waschstraßen, wo man diese Probleme im Prinzip hat. Ganz spannendes Thema bei Decken oder eben auch bei alten Gewölben in Tunnelanlagen. Diese Kalkausblühungen, Aussinterungen, teilweise Wasserführend, teilweise nass oder eben auch nicht. Hier stellt sich die Problematik eben, wie entfernt man solche Sachen, vor allen Dingen in den Rissflanken oder auf den Rissflanken. Das Ganze geht noch weiter. Für diejenigen, die am Wasser arbeiten, Alge, Mose, all sämtlicher Bewuchs, der hier in den Rissen drin ist, die natürlich dazu führen, dass die Materialien Haftungsprobleme bekommen können. Darüber ist zu sprechen und da würden wir Sie immer bitten, uns natürlich anzuhauen. Bereits behandelte Bereiche, also ich sprach es vorhin an bei Bauteilbewegungen, nicht immer klappt das mit den Injektionen, so wie man sich das vorstellt oder so wie wir uns das vorstellen. Da wird injiziert, dann ist das ein Tag trocken, dann kommt doch wieder Wasser nach. Da muss man eben überlegen, was kann da schiefgegangen sein, warum hat das jetzt nicht geklappt, liegt es am Material, ist es die Materialauswahl, ist es der Zeitpunkt der Injektion und, und, und. Sie sehen also, es gibt viele Argumente dafür, deswegen ist auch der Bereich, bereits behandelte Bereiche, vorhandene Injektionen für uns ganz, ganz wichtig, dass man sowas eben auch im Vorfeld dann feststellt. Als letztes Argument hier in dem Zusammenhang auch, was wir ja im Moment auch gerade haben, wenn wir heute Morgen wieder aufs Thermometer geguckt haben, das Arbeiten unter Extrembedingungen, gerade wenn es extrem kalt ist, wenn wir Nässe haben, die unter 0 Grad ist, wissen Sie selber, dreht das Ganze ein, dann haben Sie Eis in den Konstruktionen und dann ist natürlich ein Verpressen in dem Sinne nicht mehr möglich. Warum sprechen wir diese ganzen Punkte an? Zum einen, weil eben diese Verunreinigungen dafür sorgen, dass die Injektionsmaterialien vielleicht keine Haftung zum Untergrund bekommen, weil sie vielleicht dann nur als Hohlraumfüller innerhalb der Risse der Hohlräume drin liegen und vor allen Dingen sprechen wir es an, weil diese ganzen Problematiken leider sehr spärlich in den Regelwerken, da kommen wir nachher ganz kurz darauf zu sprechen, behandelt werden. Und das ist natürlich ein Punkt, Heiko wird es nachher auch noch mal ansprechen, Regelwerk und Praxis, Sie wissen es selber von uns, beißt sich manchmal. Ich habe Ihnen im Bereich der Bauzustandsanalyse noch zwei, drei Bilder mitgebracht. Ich denke, da finden Sie sich auch wieder hier an einem Wasserbehälter. Sie sehen eine Arbeitsfuge, nämlich zwischen dem Edelstahleinbauteil und der Betonwand, wo Sie auch diese Rotzfahnen an der Wandoberfläche sehen. Viel wichtiger ist, dass in der Konstruktion bauteilbedingt hier eine weitere Arbeitsfuge unten zu sehen ist. Diese Arbeitsfuge wurde also von einem ausführenden Unternehmen behandelt beziehungsweise sollte abgedichtet werden und Sie als Fachpublikum können ja sehen, wo also die ausführende Firma gebohrt hat und rief dann irgendwann an und sagte, Herr Reims, Herr Reims, Sie müssen zur Baustelle kommen, wir kriegen keinen Tropfen Injektionsmaterial zu Abdichtungszwecken in die Konstruktion. Ja, und dann kommt man auf die Baustelle und denkt, man guckt nicht richtig. Ich denke, Sie sehen es schon in der Konstruktion, die Arbeitsfuge, die abgedichtet werden sollten, liegt also oberhalb der Bohrkanäle, dort, wo die Pfeile praktisch enden. Das sind also die Bereiche, die eigentlich hätten angebohrt werden müssen. Und ich denke, wenn die Packer zehn Zentimeter höher angesetzt worden wären, hätte das vernünftig geklappt. Ein letztes Beispiel im Bereich der Bauzustandsanalyse hier vielleicht auch in einem Mauerwerk oder vielleicht auch bei Hohlkammerkonstruktionen schon mal angedacht. Ein Bild von einer Baustelle, wo also die Estrich-Konstruktion auf der Innenseite geöffnet worden ist. Sie können sehen, die Bohrungen, die Injektionspacker wurden also direkt in den Zwickelbodenplatte aufgehendes Mauerwerk gebohrt. Die ganze Konstruktion stellt sich also so dar. Skizzenhaft hat also das ausführende Unternehmen hier anhand meines roten Pfeils in die Konstruktion reingebohrt. Dass der natürlich da unten nur in die Bodenplatte bohrt und nicht die Fuge erwischt, ist denke ich mal klar. Und wenn ich dann die Bohrmaschine selber mal in die Hand nehme und bohre jetzt wirklich dort, wo man es anbohren sollte, oben rein, können Sie, liebes Fachpublikum, natürlich schon sehen, angebohrt, Bohrungen ein bisschen stehen lassen, offengelassen und schon läuft Wasserfeuchtigkeit aus der Konstruktion. Ein toller Hinweis, dass man den zu verpressenden Bereich wasserführend getroffen hat. Gut, danke Benni für deine Worte zur Bauwerkserkundung, Bauzustandsanalyse. Lassen Sie uns gleich zum nächsten Punkt kommen, nämlich zu unseren Baustellenberichten oder Berichte aus der Praxis. Wir haben eben schon eingangs erwähnt, vier Baustellenberichte mitgebracht. Hier ist ganz bewusst der Titel auch gewählt worden, Injektion mit besonderen Anforderungen durch den Auftraggeber. Das ist auch ganz bewusst so gewählt worden. Wird auch beim Vortrag drei dann so kommen. Und hier ein Beispiel einer Baustelle in der U-Bahn in München. Ganz speziell. Man muss ganz klar sagen, das war das Bauvorhaben Sendlinger Tor. Es ist alles umgebaut worden dort. Die Tunnelkonstruktion oder die Bahnhofskonstruktion ist vergrößert worden. Es hat bei der Fragestellung zum Materialauswahl als wichtigen Hintergrund gegeben, die Vormaßnahmen war eine Baugrundvereisung. Das heißt, der ganze Baugrund ist dort in diesen Teilbereichen, wo auch initiiert wurde, vereist worden, damit eben kein Wasser direkt an die Baustelle oder an das Bauwerk kommt. Und wenn natürlich der Baugrund vereist ist, kann man sich logischerweise vorstellen, was natürlich mit den angrenzenden Bauteilen passiert. Die werden nicht gerade viel wärmer sein als der Untergrund, der vereist ist. Also wir haben da relativ niedrige Temperaturen da drinnen gehabt. Es hat dann aufgrund dieser Erkenntnisse hat man sich darauf geeignet, dass Probeflächen erstellt werden sollen. Es ist bei den Probeflächen durchaus dann zu Problemen gekommen, unterschiedlichster Natur. Es ist dann die Technik angepasst worden. Und in Punkt 5 dann von diesem Baustellenvortrag werde ich einmal ganz kurz die Pumpentechnik gegenüberstellen, wo der Vorteil und Nachteil der jeweiligen einzelnen Komponenten gelegen hat. Entschuldigung. So. Anforderung des Auftraggebers. Ich habe das ganz kurz schon vorhin erwähnt. Das Projekt ist irgendwann vor 45 Jahren mittlerweile gebaut worden. 40, 45 Jahren. Der Auftraggeber hat ganz klare Anforderungen an das Injektionsmaterial gestellt, nämlich es muss bauaufsichtlich zugelassen sein. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, jeder, der vorhin den SEVV-Schein hat oder sich damit schon näher beschäftigt hat, kennt das Thema zum Beispiel Mindesttemperaturen. Deshalb habe ich das mit der Baugrundvereißung vorhin schon erwähnt. Das ist gerade, wenn es hier bei den Anforderungen durch den Auftraggeber um kraftschlüssiges verbinden ist mit Epoxidharzen, ist es ganz eindeutig geregelt, dass diese Mindesttemperaturen bei 8 Grad Celsius zu liegen haben. Es ist natürlich eine Bodenvereißung und 8 Grad Celsius nicht gerade im Überschneiden sozusagen und widerspricht sich damit. Also hat es nach mehreren intensiven Gesprächen dann im Endeffekt eine Materialanpassung gegeben. Bei diesen Besprechungen ist auch im Prinzip das Bohrlochraster und so weiter alles besprochen worden. Hier noch einmal Zusammenfassung dieser ganzen Sache. Wichtig ist, es ist nicht nur überall die Baugrundvereißung gemacht worden, deshalb steht auch hier der Begriff Nass noch mit drinnen. Irgendwo endet die Baugrundvereißung und dort waren dann auch die Risse, die verpresst worden sind, nicht nur trocken, sondern auch durchaus feucht oder nass. Wir werden dann im Prinzip bei der Produktauswahl beziehungsweise dann später bei den feuchten Zuständen und so weiter nur auf diese speziellen Begrifflichkeiten kommen. Man hat sich dann im Prinzip aufgrund dessen, dass eben die ZDV-Riss oder ZDV-In in diesem Fall letztendlich so eine derile SIP nicht in Anwendung kommen konnte, sich eben auf das Instandsetzungsziel F, Benny wird dann später nochmal dazu sagen, was das genau ist, kraftschüssiges Verpressen durch DINI N1504-5 geeinigt, inklusive Basis unserer gültigen technischen Merkblätter. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es ist nicht nur das DINI N1504 herangezogen worden, sondern auch das jeweilige technische Merkblatt zu den Produkten. Und dabei hat man sich dann auf folgende Produkte eben dann geeinigt, was ganz, ganz wichtig ist, auch das WBAC 1660 und beziehungsweise das WBAC 4170T mit diesem Kürzel hintendran, auf das wir dann etwas später nochmal genauer zukommen werden. Aber das war eben das Elementarausschlaggebende, warum dann diese beiden Produkte eben für diesen Bereich dann zugelassen wurden. Kommen wir auf die Baustelle selbst. Es hat die Rissaufnahme gegeben, so wie es er schon vorher richtigerweise erzählt hat, der Benni. Hier sehen Sie das schön anhand dieses Fotos, die eingezeichneten Risse, gleich die Rissbreiten dazugeschrieben, vor Ort auf der Baustelle selbst, von teilweise 0,05 Millimeter Rissbreite bis teilweise über einen Millimeter. Das Ganze ist dann auch planmäßig dann festgehalten worden, wie Sie das da hier sehen. Im Prinzip die ganzen Risse aufgezeichnet, beziehungsweise Aussinterungen wurden hier kartiert, beziehungsweise feuchte Stellen wurden hier auch mitmarkiert, sozusagen. Wenn Sie sich wundern, warum da unten Kabelverlauf steht oder was das für ein Querbalken ist, wir befinden uns hier in einer Bestands-U-Bahn, die nicht abgestellt wurde, das heißt, der U-Bahn-Verkehr ist zumindest untertags weitergelaufen, das heißt, gewisse Stromleitungen, Kabelverbindungen, Rohrverbindungen konnten nicht abgebaut werden und dahinter ist natürlich dann eben ebenfalls ein Rissbild zu sehen, aber halt nicht aufnahmefähig gewesen, weil Demontieren einfach nicht möglich ist. Das ist natürlich dann im Endeffekt für die Qualitätssicherung ganz zum Schluss extrem wichtig, damit man auch weiß, welchen Riss hat man denn verpresst oder welchen Riss wollte man nicht verpressen. Benni hat das vorhin schon erwähnt, wünschenswerterweise sind immer Bohrkerne, das war jetzt auf diesem Projekt nicht das Problem, hier hatten wir eine artig entsprechende Größe, hier wurden genug Bohrkerne entnommen, Sie sehen hier exemplarisch einen Bohrkern mit einem sehr dünnen Riss, also hier haben wir Rissbreiten von 0,1-0,2 mm maximal, wenn nicht sogar weniger, aber man erkennt denke ich am Bohrkern sehr schön, dass der Riss von der Innenseite zur Außenseite durchgeht, also es handelt sich tatsächlich um Trennrisse. Am nächsten Bohrkerne sehen Sie dann schon etwas größere Risse, die dann quer durchgehen, also da waren wir schon bei Rissbreiten von Millimeter ungefähr, aber was Sie natürlich wunderbar erkennen ist, dass es nicht nur eben Längsrisse quer durch das Bauteil ist, sondern dass es auch zig Querrisse innerhalb der Betonkonstruktion gibt, wie man natürlich bei einer In- und Augenscheinnahme, wie wir es vorhin gesehen haben, natürlich ganz schwer oder überhaupt nicht feststellen können, weil mit Hand auflegen oder Glaskugeln, das funktioniert leider noch nicht so sehr und den Röntgenblick haben wir auch noch nicht erfunden. Also solche Erkenntnisse kann man tatsächlich nur aus Bohrkernen ziehen, aber das war für uns wichtig, weil das ja auch für den Materialverbrauch dann irgendwo eine Rolle spielt, mit welcher Materialmenge kalkuliere ich oder warum wundere ich mich, wir haben es vorhin mit dem Thema Hohlräumen schon kurz gehabt, warum plötzlich mehr Material initiiert werden kann, als eigentlich notwendig gewesen wäre, theoretisch zumindest. Hier im nächsten Bild sehen Sie wieder einen klassischen Riss drinnen, der, so wie es eigentlich nach Richtlinie sein sollte, links und rechts schräg angebohrt wurde. Wenn Sie sich wundern, warum da manchmal die Packer eben so eng beieinander sind, ist es einfach zu erklären, beim Bohren das hat der eine oder andere von Ihnen leider schon sicherlich Schmerzer feststellen müssen, hat man teilweise mehr Bewährung über Bohrer dann zum Schluss im Beton drinnen stecken, als wirklich und Fehlbohrungen sind leider eigentlich teilweise immer vorprogrammiert und teilweise auch nicht zu verhindern. Es wurde dann aufgrund der Planung, ein Planer wollte das so haben, auch probiert, die Risse unterschiedlich anzubohren, also sprich in unterschiedlichen Bohrlochwinkeln von der Seite schräg, aber Sie sehen es auch in der Mitte Kerze gerade in den Riss hinein, um zu schauen, wo ist der Unterschied, funktioniert das, funktioniert das nicht, gerade im Zusammenhang eben mit diesen, wie wir es beim zweiten Bohrkern gesehen haben, mit diesen Querrissen innen drinnen. So viel vorweg kann ich auf alle Fälle verraten, bei diesem Bauvorhaben war es relativ egal, wie man bohrt. Es haben im Prinzip immer alle Bohrungen getroffen, wenn sie zu setzen waren und es konnte immer Material injiziert werden. Sie sehen es hier schon schön, der Mann steht hier oben dran, injiziert das Material über den Injektionspacker in das Bohrloch, in den Beton hinein und Sie erkennen unten schön am Riss der Material austritt. Nicht nur am Riss der Material austritt, Sie sehen auch links und rechts an dem Packer wirklich das Material rauströpfeln beziehungsweise rausfließen. Das heißt, wir haben hier definitiv den Riss getroffen, der Riss kann entlüftet werden, es können fremde Substanzen wie eventuell Feuchtigkeit, Wasser oder auch Staub aus dem Riss rausgepresst werden, was ganz, ganz wichtig ist, um im Prinzip die Eigenschaften des Materials auf das Bauteil zu übertragen. Wenn Sie genau hinschauen, fällt Ihnen natürlich auf, dass diese Risse nicht verdämmt sind, obwohl hier mit Epoxidhals verpresst werden. Ja, das war bei der Probefläche so gewünscht, um einfach auch ein besseres Bild über die Möglichkeiten dann vor Ort zu haben. Hier jetzt dann in der Ausführung tatsächlich selbst im Tunnel oder im Bahnhofsbereich der U-Bahn-Station mit Gerüst wird dann halt überall gebohrt. Das war zu schnell, Entschuldigung. Sie sehen, wie dann am Gerüst das Ganze angebohrt wird. Hier auch wieder überall die Risse eingezeichnet. Hier sehen Sie den Epoxidhalspachtel, mit welchem dann eben der kalte Beton, man muss ja darauf hinweisen, der kalte Beton dann eben verdämmt wurde oder die Risse verdämmt wurden, sodass der auch darauf haftet oder auch in dieser vernünftigen Zeit aushärtet, weil die Fenster da drinnen das Ganze auszuführen, die waren extrem eng, die waren maximal in einer Nachtschicht und ein, zweimal ist es übers Wochenende gelaufen, wo zwei, drei Tage die gesamte Strecke gesperrt war, also viel Zeit hatte man dazu nicht, das alles vorzubereiten und auszuführen. Hier dann im Endeffekt dann in der Ausführung selbst, Sie sehen den verdämmten Riss, Sie sehen die Packer links und rechts von der Risse Seite schräg angebohrt und hier wurde bereits injiziert, Sie erkennen auch beim Verdämmspachtel auch teilweise Materialaustritte über den Injektionsdruck, aber Sie erkennen auch in Risswurzeln etwas tiefer, dass das Material auch an anderen Stellen ausgetreten ist. Das kann man natürlich sagen, ja, ist nicht perfekt verdämmt, umgehegig konform, ist aber auch oft einmal nicht ganz so einfach auszuführen, muss man auch ganz ehrlich sagen, gerade in der Kürze der Zeit wie hier, aber im Endeffekt das Ziel wurde erreicht, dass das Injektionsmaterial zumindest in den verpressten Rissen drinnen vorhanden ist. Hier haben wir ein paar Eindrücke noch, damit Sie sehen, wie das Ganze dann wirklich ausschaut. Hier haben wir etwas genauer, wo man das Material austreten sieht. Und dann kommen wir zu einem schönen Foto, damit man sieht, dass das wirklich in einem Tunnel drinnen ist. Vom Zug aus wurde das Ganze gemacht, um im Prinzip schneller zu sein, ohne Gerüst aufbauen. Das Ganze war schon eine relativ interessante und spektakuläre Baustelle. Ich habe Ihnen ja eingangs schon erwähnt, wir haben hier noch was mit Injektionspackern bzw. Injektionspumpen gemacht. Bei der Probefläche stellt es sich heraus, zuerst wollte man 10 mm Bohrungen setzen, das ist man recht schnell auf 13 mm Bohrungen abgegangen oder 14 mm. Man stellte dann bei der Probeinjektion auch zusätzlich fest, 14 mm Bohrungen sind nicht gerade das Gelbe vom Ei, es geht Material durch, teilweise geht keines durch. Wir haben uns dann entschlossen, tatsächlich die Bohrungen zu vergrößern auf 16 mm. Meter. Gleichzeitig hatten die vor Ort vorhandenen Verarbeiter Membranpumpen mit. Das haben natürlich Materialien, die bei sehr kühlen Temperaturen in einer vernünftigen Zeit aushärten, dass die unangenehme Eigenschaft, wenn es wärmer wird, schneller zu reagieren. Gerade Membranpumpen, wenn man eine Arbeitsunterbrechung hat, können im Pumpenkopf relativ warm werden, sodass man Temperaturen von 14, 50 Grad drinnen hat, in der Pumpe selbst. Beton ist kalt, der Trichter ist kalt, alles in Ordnung und plötzlich hat man in der Pumpe ein Material, was extrem schnell reagiert. Und das war dann auch tatsächlich vor Ort das große Problem, dass man im Prinzip bei einer Arbeitsunterbrechung wirklich zwei Pumpen im Endeffekt vor Ort zerstört hatte. Wir haben dann eben die Membranpumpen zu einer INK-Kolbenpumpe ausgetauscht, bei der die Problematik des Motors nicht hat, dass es eben dort keine so große Wärmebildung gibt. Und hier dann eben einmal gegenübergestellt Membranpumpe Vorteil beziehungsweise Vorteil einer INK-Kolbenpumpe, hier in dem Fall einer pneumatischen. Das Ganze, was extrem interessant war, ist noch, was eben unten als letzter Punkt unten steht, der Materialverbrauch bei einer Membranpumpe. Wir haben das dann wirklich gegenübergestellt vor Ort. War wirklich hochinteressant, dass wir bei gleichem Verhältnis mit der Membranpumpe ungefähr einen Liter Material pro laufenden Meter verpressen konnten und mit der Kolbenpumpe tatsächlich 1,5 Liter. Es freut natürlich einem Verkäufer ganz klar, wenn mehr Material drauf geht, brauchen wir gar nicht darüber reden, aber das, was wir eben vorhin schon bei den Bildern mit den Rissen gesehen haben, dass es im Prinzip aus anderen Teilbereichen rausgekommen ist. Wir haben teilweise das Material aus Rissbreiten einen halben Meter daneben rausgepresst, die nur noch 0,05 Millimeter getragen haben und das war dann schon ein Indiz dazu, wie weit ich eben das Material zum Kriechen bringe und das ist mit der Membranpumpe definitiv nicht passiert. So, Teil 1 vorbei. Perfekt, Heiko, ein super Praxisbeispiel, wie ich finde, gerade diese Hinweise mit dem Bohren kleiner, größer ist natürlich ganz, ganz wichtig. Auch wenn jetzt der ein oder andere sagt, oh, 16 Millimeter ist dann ja auch schwierig zu bohren, das hattet ihr ja auch, aber das Ergebnis war ja dann auch, glaube ich, nachher besser. Leichtere Injektion, viel bessere Zugänglichkeit und auch geringerer Injektionsdruck war, glaube ich, auch noch so ein Thema. Das war auch noch so ein Thema. Also spannend, solche Sachen, Sie sehen es, hin zu Jahren, ist immer das Thema Elementwände, Sandwichwände, Element, Halbfertigteile, wie man ihn auch nennen will, gekommen. Wir diskutieren da auch gerne mit den Kunden, haben verschiedenste Erfahrungen hier, die wir Ihnen in den Teilen eben auch mitgeben wollen. Und hier will ich Ihnen einfach ein paar kleinere Details der Reihenfolge mal nachstellen oder auch zum Teil eben mal zeigen. Hier sehen Sie mal eine grundsätzliche Elementwand mit den typischen Feuchtigkeitsschäden im Boden-Wand- Anschlussbereich. Wenn wir diese Elementwand jetzt als Elementwand nochmal zurückstellen und sagen, wir haben eine Ortbetonwand und haben hier einen undichten Boden-Wand-Anschluss, wo das Wasser wie im Bild eben zu sehen eindringt, dann hat man, ich denke mal, relativ einfach die Möglichkeit, die Fuge unten grob unter 45 Grad optimalerweise bis Bauteilmitte anzubohren und zu verpressen. Ich denke, das kennen Sie, das ist auch tägliches Brot von vielen ausführenden Teilnehmern hier mit dabei. Etwas schlimmer wird das Ganze, also was heißt schlimmer, etwas komplizierter wird das Ganze vielleicht dann, wenn eben Fugenbleche als planerische Abdichtungen da drin liegen. Da gehen die Meinungen dann schon so ein bisschen auseinander, wie man das Ganze jetzt anbohrt. Der eine geht direkt rein und will durchs Fugenblech bohren, der eine kratzt das Fugenblech nur an, einer am Tiefpunkt, einer am oberen Punkt, der andere bohrt den vorderen Ortbetonbereich vor dem Fugenblech an. Da gibt es so unterschiedlichste Eigenschaften. Wie gesagt, da muss man im Einzelfall drüber sprechen, hängt sicherlich auch eben mit der Dicke des Bauteils zusammen, was man eben für Möglichkeiten hat. Da stehen wir natürlich zur Verfügung, versuchen solche Sachen dann zu machen und ich denke, da sind Sie dann auch gerne mit uns am Telefon. Kommen wir zu einzelnen Bildern. Es handelt sich jetzt nicht immer um ein Projekt, sondern es sind einzelne Bilder hier zu sehen mit der Frage unten links, ob das noch eine wasserdichte Konstruktion ist. Heiko schüttelt schon den Kopf, der nimmt die Antwort schon vorweg. Höchstwahrscheinlich nicht, wenn Sie diese Konstruktion und Aufbauten sehen. Im rechten Bereich auch hier wieder gucken Sie nicht auf die ganzen Details, das sind Bilder aus der Praxis, ob so eben diese Magermischung, die im unteren Bereich mit einer feineren Sieblinie eingebracht worden ist, ob die in Ordnung ist, das kann ich gar nicht so sagen, aber Sie sehen schön auf halber Höhe eben den Betonierabschnitt, wo dann im Nachgang die eigentliche Betonverfüllmasse reingekommen ist. Und wenn man sowas mal live sieht oder sowas mal im Schnitt sieht, dann ist es auch eben kein Wunder, wenn es dann zu größeren Problemen kommt, die wir gleich auf den nächsten Folgen dann auch ein bisschen animiert sehen. Gucken wir uns weitere Baustellenbilder an, Verbundstörungen hier bei Elementwänden. Ich habe da ehrlicherweise so ein bisschen getrackst, das sind jetzt hier so Beton-Hohlblocksteine, die man im Nachgang nochmal aufgefüllt hat. Mir geht es darum zu erkennen, dass eben die Ortbetonfüllung mit dem Halbfertigteil eben kaum bis keine richtigen Kraftschluss beziehungsweise keine wasserdichte Verbindung aufnimmt. Ich denke, das sieht man gerade in dem linken Bild rechts oben, da kann das Wasser innerhalb der Konstruktion wirklich wunderbar sich flächenmäßig auch verteilen. Im mittleren Bild Eckbereiche dieser Wandkonstruktion, wie auch immer die aufgebaut sind, werden wir gleich noch in einem anderen Beispiel sehen. Mir geht es erstmal nur darum, dass solche Ecken natürlich ausgeführt werden müssen, ist ganz klar, dessen sind wir uns bewusst, wenn man das jetzt ranzoomen könnte, was wir hier jetzt leider nicht können, das sind undichte Stellen, da läuft das Wasser richtig runter, da pieselt es richtig runter, Sie sehen ja auch die Feuchtigkeitsflecken im Bodenbereich. Und dann auch auf dem rechten Bild auch immer wieder so ein Diskussionspunkt, wie werden diese Elementwände dann eben aufgebaut, wie werden die unterfüttert, die entsprechenden Höhen, um eben auch gefällemäßig das auszugleichen. Also ich glaube, Heiko, wir haben da schon verschiedenste Höhenklötze darunter gesehen. Ich glaube, das Maximum, was ich mal hatte, waren 14 oder 15 Zentimeter und wenn man da dann unten dann auch kein Schalbrett oder sowas ranmacht, dann rutscht der Beton natürlich volle Pulle unten durch. Aber ich denke, das kennen Sie, liebes Fachpublikum, natürlich umso besser. Viel wichtiger ist der Punkt, wenn es sei so gut, so machen wir bitte noch einmal groß, hier auf dem rechten Bild, wo man eben als planerische Fugenabdichtung einen Injektionskanal gewählt hat. Den Injektionskanal kennen meistens unsere Schweizer Freunde, die diese Dinger einsetzen im Bereich von Betonierabschnitten. Sie müssen hier dazu wissen, dass diese Injektionskanäle, damit sie funktionieren, im Nachgang immer verpresst werden müssen. Dieser Injektionskanal ist also nichts anderes als wie so eine Art Schaumstoffkanal, der eben dann das Material dann verteilt, wie so eine Art Injektionsschlauch ja schon fast, der aber eben auf jeden Fall im Nachgang verpresst werden muss. Danke, Sven. Ja, in dem Zusammenhang hier habe ich die Animation eingebaut. Wenn Sie jetzt das Ganze ein bisschen in 3D sehen, sehen Sie die Halbfertigteile, ein bisschen schwebend. Die Klötze haben wir mal weggelassen. Sie sehen ein eingebautes Fugenblech und was Sie sehen in der Wandfläche, in der aufgehenden Wandfläche, Sie sehen dann Riss angedeutet. Wenn Sie manchmal auf den Autobahnen unterwegs sind oder auch auf die Baustellen kommen, wo die Elementwände eingebaut werden, dann wundert es mich nicht, dass die teilweise gerissen sind, dass die teilweise verschmutzt sind, dass die eingebaute Bewährung umgeknickt ist und, und, und. Ich denke, das sind alles Dinge, die dazu führen, dass die Konstruktion nachher wirklich feuchtigkeitsführend ist und hier sehen Sie einfach in dem Ablauf, welche Wassermöglichkeiten praktisch entstehen oder welche Wasserwege entstehen und wo das Wasser dann eben rauskommen kann. Auf dieser Animation kann man über den rot einskizzierten Injektionsbereich sicherlich diskutieren, ein Fugenblech da unten komplett immer durchzubohren. Lassen wir mal dahingestellt sein. Wir haben hier ein paar etwas schönere Bilder kurzfristig noch erstellen können, die diese Problematik glaube ich ganz schön beschreiben. Hier nochmal der Detail Boden-Wandanschluss, wo also das Fugenblech drin liegt und wenn Sie hier jetzt sich gerade den Kreisausschnitt anschauen, da ist zum einen die Horizontalbohrung, die also die beiden senkrechten Fugen zwischen Ortbeton und Halbfertigteil- Oberfläche abdichtet und dann gezielt unten den Boden-Wandanschluss, aber das kennen Sie als Experten ja im Prinzip schon alle. Das Gleiche gilt dann eben auch, wenn die Konstruktion im Wasser steht. Ich darf das hier ein bisschen schneller durchklicken. Hier ist im Prinzip das Verfahren, der Ablauf ähnlich oder ja fast der gleiche. Hier muss man dann bloß eben über die Materialauswahl diskutieren, je nachdem, ob man es wirklich mit Feuchtigkeit, mit drückendem Wasser und so weiter zu tun hat. Ja, diese Unterscheidung, da kommen Sie nachher auch nicht drum rum. Bei den Feuchtezuständen, Heiko, gehst du nochmal drauf ein und ich denke, das ist auch wirklich von Ihnen schon bekannt, dass nicht jedes Material eben bei allen Feuchtesituationen dann funktioniert. Ja, jetzt haben wir uns immer nur den Bodenwandanschluss angeguckt. Das Ganze geht ja auch noch ein Stückchen in die Höhe. Sie sehen hier im Kreis links eingedeutet das sogenannte Dichtrohr. Manche sagen Sternrohr. Das können Sie im Prinzip machen, wie Sie wollen. Wenn Sie sich diese Details angucken, muss man natürlich die Risse dann eben auch in der senkrechten noch beurteilen. Hier gibt es natürlich auch verschiedenste Verfahren, diese Bereiche anzubohren. Und da erlebt man, Heiko, viele Überraschungen, alleine, ob dieses Dichtrohr gefüllt ist oder nicht. Manchmal bohrt man das an und dann läuft das Wasser erstmal raus. Das läuft richtig leer. Und auch hier muss man eben gucken, wie macht man das Ganze. Und in dem Bereich eine Bohrkern zu ziehen, ist wahrscheinlich auch nicht so optimal. Also soviel zu dem Thema Erfahrung. Hier muss man drüber diskutieren. Probeflächen, Heiko, du kommst auch noch mal drauf zu sprechen, ist ja immer wieder ein Thema, was das Ganze betrifft. Und ich denke, da muss man wirklich dann viel und explizit drüber sprechen. Hier nochmal ganz kurz angedeutet, diese Dichtrohre im ausgeschalten, nicht eingebauten Zustand, dass Sie also wissen, wie die Teile in echt aussehen. Ein schöneres Projekt, was ich gerade mache. Hier mal fotografiert von einer Tiefgarage im Großraum Mannheim, wo also unheimlich viele Wandkonstruktionen, fast alles Elementwandkonstruktionen, eben undicht sind. Ja, und ein bisschen ketzerisch gesagt, wir freuen uns natürlich über die Undichtigkeiten, wie vielleicht auch, aber im Normalfall sollte das natürlich nicht so sein. Guckt man sich diese Konstruktionen eben nochmal an, tauchen doch echte Probleme und echte Schäden auf. Dieses Bild kennen Sie bereits eben mit den Undichtigkeiten im Boden-Wandanschluss. Im Eckbereich sehen Sie auch schon Durchfeuchtungen, wo das wirklich über die gesamte Höhe dann nass wird. Und wenn man dann eben diese Auflagepunkte, die Ausstützung da unten anschaut, ob das jetzt die Vermörtelung oder der Ortbeton da drin ist, ob das ein abgeknicktes Fugenblech ist, was man durch so eine Ausbruchstelle sieht, all das sind natürlich dankbare Hinweise zu wissen, jawohl, diese Konstruktion ist nicht fachmännisch abgedichtet. Hier muss also was gemacht werden. Und diese Wandbereiche wurden dann also verpresst beziehungsweise angebohrt. Hier sehen Sie ein, zwei Bilder wirklich aus der echten Praxis, wo unten im Fußpunktbereich der Packerabstand etwas dichter gewählt worden ist. Nach oben hin durfte man etwas großzügiger auseinander gehen. Und hier verpresst also das ausfüllende Unternehmen von unten nach oben. Vorbildlicherweise auch so, dass die Kegelkopfnippel noch nicht in die Packer reingeschraubt sind, so dass man hier also aus dem Packertropfen das Wasser erkennen kann. Wir sehen auch hinten im offenen Fugenbereich wird Wasser verdrängt, läuft also Wasser aus der Konstruktion. Als Injektionsmaterial, da sind uns Heiko, Roland und ich immer sehr, sehr einig, gerade dann, wenn es um Zulassungen und sonstige Geschichten geht, dass wir hier auf unser 1405 zurückgreifen. Da wird der ein oder andere vielleicht schimpfen oder auch bestimmte Probleme haben. Hier muss man einfach transparent darüber diskutieren, was ist gewünscht, vor allen Dingen, was ist gefordert, vielleicht von Ihnen auch als Planer und als Ausführender. Das beißt sich manchmal. Da muss man einfach drüber sprechen und ich denke, dann finden wir hier in unserem Produktsortiment auch eine vernünftige Lösung. Im Fortschritt der ganzen Geschichte, wir werden nachher auch noch mal das Thema Injektionsdruck und Verfüllen und Hohlräume diskutieren, erinnern sich, dass wir hier eine Elementwandkonstruktion haben. Die verpressen schön von unten nach oben diese Fuge, haben einen schönen Materialfluss, irgendwann auch einen Druckaufbau und auf einmal taucht dann im linken Bild schön zu sehen mitten in der Fläche ein Riss auf, wo zuerst es erst ein bisschen nass wird, wo Feuchtigkeit rauskommt, wo wirklich ein Verdrängungsprozess stattfindet und dann auf einmal kommt das Harz daraus. Nicht geplant, schön höherer Materialverbrauch, freuen wir uns ja auch, geben wir offen und ehrlich zu, aber das sind eben die Problematiken, wenn man das vielleicht nicht berücksichtigt, dass also dann eben das Material auch wirklich innerhalb der Konstruktion weiter wandern kann. Das Ganze bezieht sich dann eben nicht nur auf die Wandfläche, sondern eben auch auf die Auflagepunkte. Wie ist die Decke oben aufgelegt? Ist sie überhaupt aufgelegt? Auch hier schon teilweise wundersame Überraschungen erlebt, dass da also dann Dehnungsfugen oder so, was direkt im Auflagebereich dann aufgetaucht sind. All diese Dinge sind natürlich kritisch und können durch Sie als Fachunternehmen natürlich dann auch beseitigt werden. Und als letztes Foto nochmal in dem Bereich Elementwende. Hier klassisch die Injektionabdichtung im Fußpunktbereich, dort wo vielleicht ein Fugenblech vorhanden ist, wo die Bohrungen hier so ein bisschen horizontaler angeordnet sind und wo dann eben das Material nicht nur unten den Bodenwandanschluss abdichtet, sondern sich dann auch kapillar aktiv hochdrückt in den entsprechenden Rissbereichen. Also Sie sehen, im Bereich der Elementwende war das sicherlich auch nicht vollumfänglich. Wir haben bestimmt noch Dutzende andere Anwendungsbeispiele hier nur als kleiner Ausschnitt aus diesem Thema gereicht. Danke, Benny. So, kommen wir jetzt zum nächsten Beispiel. Lassen Sie mir noch anmerkend dazu sagen, wir haben ja jetzt schon öfters das Wort Probefläche gehört, wir werden es im nächsten Vortragsteil auch wieder haben, Probefläche. Uns ist es durchaus bewusst, dass man nicht überall Bohrkernen oder Probeflächen anlegen kann, weil das einfach nicht aufgrund der Baustellengröße oder des Zeitfaktors einfach nicht möglich ist. Für Probeflächen, aus meiner Sicht, wenn man keine Bohrkerne entnehmen kann, wir hatten vorhin das Thema Bohren an sich selbst, wir haben es gehabt mit dem eigenen Baustellenpersonal, das ist eigentlich somit das Wichtigste, wenn man das alles nicht machen kann, für den Erkenntnisgewinn, gerade zur Bauzustandsanalyse. Derjenige, der die Bohrmaschine ansetzt und sein Bohrloch da richtig reinsetzt, der stellt fest, ist der Beton in Ordnung, sind da Hohlräume, kommt da Dreck raus, Wasser raus oder was auch immer, der stellt der fest. Und wenn die Person das nicht meldet oder weitergibt oder Ähnliches, dann gehen ganz wesentliche Elemente der Bauzustandsanalyse in dem Augenblick verloren einfach. Soviel nur anmerkend zu den letzten beiden Vorträgen. Das Ganze. Hier wieder das Thema, ganz bewusst wie beim ersten Thema von mir, wieder Anforderungen durch den Auftraggeber anhand einer Tiefgarage auch in München. Sie sehen hier ein paar Eckdaten. Es handelt sich hier um eine Tiefgaragendecke, die im Sommer davor von oben geöffnet wurde. Also das ganze Erdreich ist abgegraben worden, es ist dann offen dargelegen und hat dann gewisse Schäden festgestellt seinerzeit und irgendwann dann Mitte Januar ist man dann draufgekommen, das muss jetzt alles ganz, ganz steunig initiiert werden. Wir hatten damals Außentemperatur von minus 15, minus 20 Grad tatsächlich, das war wirklich saumäßig kalt. Die Tiefgarage wurde vollkommen beheizt und da drinnen hat es 30 Grad plus oder mehr gehabt. Der Beton selbst, wie Sie hier sehen, 1 bis 2 Grad. Auf einen Hinweis hin, jetzt zu verpressen ist eigentlich ein Schmarrn, ist ein Blödsinn. Auftraggeber wollte das nicht, er wollte das haben, dass das sofort durchgezogen wird und hat dabei ähnlich wie bei der U-Bahn vorhin einen Kraftschluss gefordert. Wenn man sich jetzt etwas dazu erinnert, von den Erkenntnissen, die man damals hatte mit Injektionsharz, mit Injektionspumpe, wollen wir alles so irgendwo im Hinterkopf behalten. Wir haben uns dann genau aufgrund dieser Erkenntnis, die Ahnen ist, beim Weberg 4 4170T geeinigt oder getroffen und der Statiker hat das Material freigegeben und gesagt, genau das ist es, Viskosität passt, eben schön dünnflüssig und die Temperaturen, das können wir alles einhalten und das funktioniert. Wurde dann im Prinzip eine Probefläche erstellt. Hier sehen wir jetzt im Endeffekt die vorhandenen Bohrkerne, die gezogen wurden. Man sieht hier den Unterbeton, der hat sich vom Oberbeton vollflächig gelöst, das heißt, wir haben im Prinzip zwei große Deckenschollen im Endeffekt gehabt mit einem Abriss dazwischen. Das ist jetzt natürlich kein klassischer Trennriss, aber wenn wir so wollen, ist das eine Art Arbeitsfuge oder Trennfuge oder Trennriss einmal quer durch das gesamte Bauteil. Nachdem das eine Stahlbetondecke war und das alles über Kopf zu bohren, wurden eben 10 mm Bohrlöcher vorgeschlagen, das Material eine Membranpumpe zum Verpressen und der Bohrloch Abstand von eben 20 cm. Wenn Sie genau hinschauen, sehen Sie jetzt hinten am Bohrkern den Oberbeton und zwischen diesem abgerissenen Oberbeton und nach unten sehen Sie rundherum eigentlich so eine Art Fuge freiliegend. Das ist tatsächlich der Abriss in der Decke selbst, der irgendwo so zwischen 0,2 0,3 bis zu 1 1,5 mm teilweise betragen hat, je nachdem, wo wir dann waren im Endeffekt. Es ist eine Probefläche erstellt worden, genau aufgrund dieser Erkenntnisse mit dem Rastermaß. Man hat dann eben initiiert, wir haben wirklich reichlichst Material auf diese kleine Probefläche reingekommen, irgendwann über 10 kg Material ist im Endeffekt verpresst worden. Man hat dem Material dann im Prinzip die Zeit gegeben, auszuhärten, aber dann ist eben folgendes Problem aufgetaucht bei neuen Bohrkern. Man konnte kaum einen Material Nachweis bringen, man hat nichts gefunden. Verklebungen, die waren minimalst oder überhaupt nicht vorhanden und ganz einfach, die Probeinjektion, muss man in dem Fall sagen, ist wirklich daneben gegangen. Wobei das aus meiner Sicht ich so nicht formulieren würde. Klar, die Probeinjektion hat nicht funktioniert, aber genau deswegen mache ich eine Probeinjektion mit Material, mit Technik, mit Pumpe, um eben festzustellen, macht es Sinn, was ich mir da vorstelle, oder eben nicht Sinn. Das Ganze. Gut, es wurde jetzt im Prinzip etwas abgeändert. Das Ganze, man hat festgestellt, das Material ist zu dünnflüssig. Die Tiefgaragendecke, so als Randnotiz, hat eine Neigung von ungefähr 3% gehabt. Das heißt, das dünnflüssige Material ist uns oben tatsächlich über die Fläche abgeflossen. Wir haben das dann an anderen Stellen tatsächlich wieder gefunden, aber halt nicht auf der Probefläche. das Ganze. Und aufgrund dessen hat man gesagt, machen wir eine neue Probeinjektion. Wir haben dann im Prinzip das Material etwas abgeändert. Sie sehen es jetzt hin, das Vibag 4130 ist im Prinzip auch ein Epoxidhals mit ähnlichen Eigenschaften wie das 4170T. Nur der große Unterschied ist die Viskosität. Es ist wesentlich T-flüssiger oder dickflüssiger. Das heißt, die Viskosität ist höher. Das Ganze. Wir haben dann aufgrund der U-Bahn uns überlegt, ja, Membranpumpe, so schnell reagierende Harze, da haben wir schon dort beim 4170T so ein bisschen Probleme gehabt. Machen wir das Ganze mit einer Kolbenpumpe. Wir haben auch dann die Packergröße dann verändert, etwas größere Packer genommen beziehungsweise Bohrlöcher gewählt und dann eine neue Probefläche festgelegt. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Es hat wieder nicht richtig hundertprozentig funktioniert. Problem war tatsächlich, dass das Material dermaßen dickflüssig war, dass wir das nicht durch die Pumpe, durch die Pumpe haben wir schon durchgebekommen, aber spätestens beim Packer, beim Nippel war dann schlichtweg einfach Feierabend. Da hatten wir keine Möglichkeit mehr das Material zu verpressen. Aufgrund dieser ganzen Sache haben wir festgestellt, okay, Pumpe macht zwar eigentlich keinen Sinn. Die Packer mit dem Hochviskosmaterial haben auch ihr Problem vom Bohrlochdurchmesser, also haben wir noch einmal was abgeändert. Wir haben es noch einmal abgeändert, wie in der U-Bahn seinerzeit auf 16mm-Packer, aber auch die Pumpentechnik wieder rückführend zu einer Membranpumpe dann, die davon eine wesentlich höhere Leistung als er so eine Druckluftbetriebene Kolbenpumpe hat. So, hier sehen Sie jetzt ein paar Bilder noch von der Tiefgaragendecke, da wurde das Raster eben festgelegt aufgrund der dritten Probefläche dann. Hier sehen Sie dann die ganzen Packereien da drinnen stehen. Wenn Sie genauer hinschauen, in den vorderen Reihen sehen Sie schon die Nippel drauf, die verpresst wurden. Die hinteren Packer, da sehen Sie keine Nippel drauf. Das ist eine ganz wesentliche Sache, gerade bei solchen vollflächigen Sachen oder auch bei verdämmten Rissen, das Material, das man rein injiziert und sich irgendwo verteilen können. Das heißt, wir haben ja da hinten in dieser Abrissfuge oder dem Riss selbst mindestens Luft drinnen, wenn nicht noch andere Sachen und selbst die Luft, die muss irgendwo rausgepresst werden, sonst haben Sie da einfach Lufteinschlüsse drinnen und dann wundern Sie sich, warum Sie keinen Kraftschluss zusammenbekommen oder vielleicht eine richtige Dichtigkeit haben beim Wasserandrang. Das heißt, diese Fremdsubstanzen, egal ob Wasser, ob Luft oder andere Sachen, die müssen alle raus injiziert werden über den Injektionsfluss selbst. Das ist hier das ganz, ganz wichtig. Wir werden es dann auch auf den nächsten Fotos dann weitersehen und dann im Endeffekt, hier sehen wir dann die Packer, die dann injiziert werden, das Ganze und dann etwas größer gemacht, dann erkennt man, es wird irgendwo injiziert und wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie in der Mitte ungefähr bei den Injektionspackern Material austritt. Das heißt, wir haben dann schon eine relativ großartige Verteilung da drinnen, flächenmäßig, aber größere Strecken. Jetzt könnten Sie natürlich sagen, warum muss ich denn dann so viele Pack- oder Bohrlöcher setzen, das Ganze kostet Geld und Zeit. Ja, aber Sie wissen nicht, ob überall der Hohlraum gleich groß ist beziehungsweise der Abriss überall vorhanden ist. Und wenn Sie Pech haben, haben Sie genau einen Hohlraum reingebohrt, der vorhanden ist und drumherum ist es in Ordnung, dann kriegen Sie überhaupt keine Verteilung zusammen und damit auch keinen kraftklässigen Verbund wie in diesem Fall hier. Deshalb auch wirklich wichtig, dann das Raster gnadenlos dann durchzuziehen, um wirklich auch in einer Form das garantieren zu können, dass die Fläche dann vollständig bearbeitet wurde. als angenehmer Nebeneffekt, das werden wir jetzt gleich sehen, Sie erkennen es schon im Hintergrund, machen wir das Ganze etwas größer, ich kann ranzoomen im Gegensatz zu Benni. Nein, danke. Genau, bitte. Sie erkennen, selbst bei dieser flächigen Verpressung im Hintergrund, die Risse, die in der Deckenplatte drinnen waren, sind auf diese Art und Weise mitverpresst worden, obwohl sie gar nicht angebohrt wurden. Das heißt, über den Injektionsfluss, über den relativ geringen Injektionsdruck, der war relativ gering da drinnen, vollflächig, hat selbst durch diese Risse, die in der Deckenplatte durchaus vorhanden waren, das Injektionsmaterial herausgepresst. Gut, Fazit kann man noch sagen, selbst so ein spezielles Hartz und das Weber 4130 ist wirklich speziell, das muss man schon zugeben, weil es wirklich sehr hoch viskos ist, es funktioniert, wenn man eben die richtigen Bedingungen hat und dafür ist dann in dem Fall wirklich eine Probeinjektion aus meiner Sicht, zumindest unabdingbar, um das wirklich auszuprobieren und eben das zu beweisen. Und hier ganz, ganz wichtig, dass Sie wissen, das Wort müssen, auch Fett herausgehoben, Technik und Bohrlochgröße mit dem Material zusammen müssen aufeinander abgestimmt sein. Und wir erleben es leider viel zu oft, dass falsche Packersysteme, falsche Pumpensysteme oder vielleicht das falsche Connectionsmaterial dabei, wir kommen dann später noch ein bisschen darauf zu sprechen, durchaus dann eben für Probleme verursacht oder eben man nicht zum gewünschten Erfolg kommt. Und deshalb, das muss auf alle Fälle aufeinander abgestimmt sein. So, Penny, jetzt übergebe ich wieder an dich. Danke, Heiko. Eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um so langsam die Praxis ganz langsam auszuschleichen, allerdings noch nicht sofort in diesem Moment, denn es geht nicht immer alles gut. Das ist nicht nur auf den Baustellen so, das merken die Planer vielleicht auch und das merken auch die Teilnehmer an den SIVV-Kursen, die dann diese Weiterbildung mitmachen, um ein Gespür für den Bereich der Rissinjektion und Hohlraumverfüllung zu bekommen. Und ich bin gebeten worden, immer mal wieder so ein paar Bilder davon zu zeigen. Das möchte ich dann hier auch gerne mit dem Fachpublikum mal darstellen, wo Sie jetzt hier die Betonbalken, die dort behandelt werden, aufgebockt mal sehen. Sie sehen, die sind von oben belastet worden, entsprechende Rissbereiche, die also von jedem Teilnehmer zu behandeln sind und hier wird eben dann oder werden verschiedene Verfahren angeboten. Die Profis von Ihnen sehen sofort mit einem Blick, hier handelt es sich eben um Klebepacker, die an die richtige Position gesetzt werden. Darum das Klebeband ist also der Bereich, der dann für die zukünftige Verdämmung vorgesehen ist. Wenn dann so ein Bauteil verdämmt worden ist, Sie sehen hier den ausgehärteten Spachtel auf der Betonoberfläche und unten drunter den Klebepacker. Dann können Sie vielleicht als Experten wissen oder schon mal sehen, da ist das ein oder andere daneben gegangen. Hier in dem Fall besonders die Risswurzel, die zwar schön freigelegt worden ist, also Oberflächen anschleifen wurde durchgeführt, freilegen der Geschichte und hier hätte der Riss durchaus drei, vier, fünf Zentimeter weiter höher oder höher verdämmt werden können, um eben hier zu wenig Füllgrad hinzubekommen. Denn Sie wissen, gerade die Epoxidat, Sie penetrieren kapillaraktiv und dann läuft Ihnen hier in dem Zusammenhang viel Material eher direkt am Hochpunkt raus und penetriert nicht ganz bis nach oben. Also dieser Bereich der Risswurzel, der häufig ausgeführt wird, hier in dem Fall zu groß, manchmal gar nicht, ist auch nachteilig. Das sollte also berücksichtigt werden. Dann wird auf den Lehrgängen, wie es Heiko ja auch schon mit den Spachteln angedeutet hat, mit verschiedenen Spachtelsystemen gearbeitet. Es gibt hier welche für sich bewegende Untergründe, es gibt schnellere Spachtel, es gibt dann starre Spachtel, die da verwendet werden müssen. Und hier habe ich auch nochmal so einen Balken mitgebracht, wo also dann mit einem anderen Spachtel gearbeitet worden ist. Hier liegt allerdings der Fokus nicht auf den Spachtel an sich, sondern schauen Sie sich einfach mal den Klebepacker an. Man kann durch diesen Spachtel den Klebepacker in der Oberfläche sehen oder erkennen. Und das ist meistens ein ganz klarer Hinweis dafür, dass nicht genug Spachtel um den Klebepacker appliziert worden ist. Bei dem geringsten Druckaufbau oder erhöhten Druckaufbau kann in dieser Packer also abreißen oder aufplatzen und dann kriegen Sie den Riss schlichtweg einfach nicht mehr von unten nach oben verpresst. Eine ganz, ganz einfache Kiste, aber ganz häufig eben, dass die Klebepacker auch in der Praxis häufig viel zu hemmsärmlich dann befestigt wird und dann man den Injektionsdruck nicht mehr vernünftig ausnutzen oder ausreizen kann. Bei einem weiteren Balken Bauzustandsanalyse die haben wunderbar den Riss zugemacht, zugespachtelt, auch ziemlich hochgezogen die Verdämmung. Das sieht man, die Risswurzel oben relativ gut erwischt. Das Material penetriert noch ein bisschen. Was die Kollegen allerdings nicht festgestellt haben, ist da oben ein kleiner symbolischer Betonierabschnitt. Das heißt, das Harz ist aus dem eigentlichen Riss noch horizontal in der Konstruktion weitergelaufen und hier hat man natürlich dann eben Probleme bezüglich des Füllgrades oder eben diese Verunreinigungen auf den Oberflächen und so weiter. Das ist nicht ganz so einfach. Und dann gibt es die ausführenden Handwerker, die das alles schnell, schnell machen. Auch hier wieder der Fokus auf den Klebepackern, aber der Schwerpunkt eben dann, ob Sie, wenn Sie den Nagel danach herausziehen, das Gewinde, wenn Sie genauer hingucken, ist mit dem Spachtel verklebt und zugeschmiert. Dort kriegt man hinterher kein Nippel mehr reingedreht und wenn Sie das für sich oder für Ihre Mitarbeiter auf den Baustellen haben, können Sie sich überlegen, welchen Zeitaufwand man Sie dann benötigen, um da verpressen zu können. Ganz, ganz schön, auch in Anlehnung an das erste Video, was wir bei der Bauzustandsanalyse gezeigt haben mit der Druckluft. Hier müssen also bei mir die Seminarteilnehmer nicht nur die Risse mit Druckluft überprüfen, sondern in Teilbereichen eben auch mit Wasser. Das kann man dann eben mit einer Handquetsche vielleicht vornässen. Und Sie sehen hier also, dort wird injiziert, appliziert, es wird Wasser aus der Konstruktion rausgedrängt. Das ist eine ganz, ganz schöne Geschichte, um eben zu überprüfen, und haben Sie die Risse erwischt, haben Sie die vernünftig angebohrt und haben Sie die eben auch sauber gemacht, die Bohrungen. Hier finde ich ein ganz, ganz tolles Bild. Man kann nicht immer alles sehen, trotz Schleifen der Oberfläche, haben Sie praktisch einen parallelen Riss neben dem eigentlichen Riss, wo das ganze Material jetzt abwandert und austritt, von den Verunreinigungen mal abgesehen. Und ob die Erreichung des Füllgrades noch hinzubekommen ist, lassen wir jetzt mal dahingestellt sein. Ein weiteres kleines Detail, wenn Sie mal in die Verdämmung unten in dem Zwickelbereich schauen, unterhalb der Fingerspitzen vom gelben Handschuh, da sehen Sie so eine Bläschenbildung innerhalb des Spachtels. Auch das erleben wir immer wieder, dass sich da so Bläschenbildung innerhalb des Spachtels ergibt. Und was hier jetzt schuld ist oder ausschlaggebend ist, das lassen wir mal hingestellt sein, das könnte eben zu geringe Schichtdicke sein, das könnte schlecht angemischtes Material sein, es könnte, was kann es denn noch sein, es könnte Osmose aus der Konstruktion sein oder hier in dem Zusammenhang eben auch der Injektionsdruck, auf den wir nachher noch mal ganz kurz zu sprechen kommen, was da also alles daneben gehen kann. Und wenn man über Druck, das Thema Druck, spricht auch bei den Injizieren, dann kennen Sie das selber ja auch aus wasserführenden Bereichen, Boden-Wandanschlussbereichen oder eben auch aus wasserführenden Rissen. Und wenn Sie sich diese Bereiche dann anschauen, wie die zu behandeln sind, muss man eben unterscheiden, ob man das mit dem eigentlichen Abdichtungsharz noch in den Griff bekommen kann, wenn hier das Wasser so durchläuft, oder ob man gezielt weitere Bohrungen platziert, die dann eben mit einem weiteren anderen Material appliziert werden. Ich sage jetzt bewusst, auch wenn Sie es lesen können, mit einem anderen Material, hier steht schon S-Pur, der Heiko wird nachher zu den Produkten noch ein bisschen was dazu sagen, das ist dann eine etwas kompliziertere Geschichte, gerade dann, wenn man hier in diesen Konstruktionen eben mit einem S-Pur arbeitet, dann kann das zu erheblichen Drücken kommen, zu Materialaustritten in Teilbereichen, wo man gar nicht hin will, wo eigentlich das Harz dann abschließend hingepresst werden soll. Und das sind Dinge, die kann man im Lehrgang gerne mal prüfen oder überprüfen, das ist eine Geschichte, aber in der Praxis ist das unheimlich schwierig. Und eine letzte Folie, die man auch hier auf den Lehrgängen berücksichtigen muss, Heiko hatte das vorhin auch gesagt, Stichwort Temperaturen, hier abends um 19.09 Uhr eine Baustelle mit 34,5 Grad, da können Sie sich ja vorstellen, wie heiß das tagsüber gewesen ist, auch auf dem Lehrgang. Wir haben hier Risse mit Epoxidharz verpresst, haben eine Erhärtungsprobe mit dem angemischten Material erstellt, haben die Produkte natürlich entsprechend der Regelwerke ordentlich angerührt, haben sie umgetopft und haben dann auch die Materialerhärtung angeschaut. Irgendwann wurde das Ganze dann etwas härter und wenn Sie jetzt staunen, also ich staune nicht, Heiko staunt auch nicht, der kennt das Ganze, wenn Sie hier sehen, was da für Temperaturen in den Bechern entstehen können, auch bei einer kleineren Harzmenge, wundert es nicht, wenn dann eben der Plastikbecher in dem rechten Bild oben dann irgendwann anfängt zu schmilzen oder noch schöner, Heiko, vielleicht die Profis von Ihnen sehen es auf dem rechten Bild unten auch, Sie sehen das Sieb von dem Oberbehälter und oben drüber ist das ausreagierte Harz, wo also dann wirklich das Harz in der Pumpe reagiert hat. Also auch hier viele Dinge, die man in der Praxis mit der Theorie vermischt dann umsetzen kann. Ich denke hier mal so ein Überblick, was nicht so alles schief gehen kann oder wo sich jeder vielleicht auch ein bisschen verbessern kann. Ich denke so ein kleiner Ausschnitt von der Praxis in die Theorie. Gut, danke Benni. Wir sind jetzt mit dem Block unserer Baustellen oder Praxisvorträge eigentlich soweit fertig oder das haben wir jetzt einmal durch. Kommen wir jetzt einmal zu den einzelnen Produktgruppen und ihren Anwendungen. Das wird jetzt relativ eine kurze Angelegenheit werden. Hier werden im Prinzip die einzelnen Produktgruppen jetzt einmal kurz vorgestellt, beginnend mit den S-Purs. Wir haben es jetzt gerade zum Schluss gehabt bei dem Vortrag. Das ist natürlich immer so eine leitliche Sache, dass man das ganz oft hat, dass irgendeine Firma irgendwo irgendwas abgedichtet haben und dann kommt man dann mit Ihnen als Fachkunde dann dorthin und schaut sich das an und dann sieht man irgendwelche schaumartige Strukturen in den Rissen drinnen. Klar, S-Purs haben einen riesengroßen Vorteil, es sind schnell schäumende Polyurethanhaltsysteme, die eben nur mit Feuchtigkeit reagieren. Das muss man ganz klar sagen. Diese Materialien brauchen Wasser. Ohne Wasser reagiert da gar nichts, im Gegensatz zu einem Brunnenschaum oder einem Fensterschaum, wo man einen Türstock ausspritzt damit. Diese Materialien benötigen Wasser. Deshalb werden sie auch von manchen gerne eingesetzt, um im Prinzip im Vorfeld was abzudichten. Wenn man das natürlich nicht nacharbeitet, hat man ein Problem, weil solche S-Pursysteme sind offenzellig. Offenzellig heißt, das Material macht am Anfang zwar dicht, nur wie lange das dicht ist, kann Ihnen niemand sagen. Wir können es Ihnen nicht sagen, und Sie wissen es auch nicht. Das kann zwei, drei Tage sein, das kann ein halbes Jahr oder zwei Jahre sein, das wissen wir nicht. Es ist für viele Konstruktionen wie Spundwandschlösser oder irgendwas zur präventiven Injektion, dass man überhaupt was machen kann, völlig in Ordnung, aber als dauerhafte Abdichtung definitiv nicht geeignet. Sie sehen auch noch hinten die Zahl mit 50-facher Vergrößung. Es gibt natürlich einen unterschiedlichsten Aufschäumverhalten bis 50-fach. Dieses Aufschäumverhalten zeigt aber allerdings eher für uns oder für mich im Endeffekt die Schnelligkeit, wie so schnell ein Material reagieren kann. Unsere Schäume können auch unterschiedlich eingesetzt werden. Wichtig noch unten Einsatz im Trinkwasserbereich. Auch hier gibt es Untersuchungen, dass man die eben auch in Grundwasser oder irgendwo verwenden darf und kann, was man gegebenenfalls sogar nachweisen muss. Wichtig ist, und das steht jetzt dann unten in diesem Balk noch drinnen, es gibt ja gewisse Richtlinien und Normen dazu und die geben eben der Mindest Anwendungstemperaturen vor, die im Regelfall dann eben bei 6 Grad oder vielleicht einmal bei 5 Grad liegen. Das heißt nicht, dass einzelne Materialien nicht an bei kühleren Temperaturen noch reagieren können. Was Fakt ist, das haben wir bis jetzt noch nicht gemacht, mit den hohen Temperaturen, mit der Beschleunigung haben wir sie oft genug gebracht. Bei langen kühlen Temperaturen brauchen auch Schäume wesentlich länger zum Reagieren. Aber auch hier gibt es Möglichkeiten, gegebenenfalls mit Beschleunigern oder Zusatzmitteln nachzusteuern. Als nächste Gruppe, wir kennen sicherlich die meisten von Ihnen, dann den normalen unter Anführungszeichen normalen Polyurethanharze hier zu erwähnen. Diese werden klassisch zum Abdichten begrenzt dengfähigen oder dengbaren Verbinden vom Bauteil eben verwendet, gerade wenn irgendwo Längenänderungen größerer Art sind oder solche Sachen. Natürlich eine wunderbare Sache. Diese Materialien reagieren mit sich selbst, das heißt die A und die B-Komponente, die man dann zusammenmischt. Wir hören es, A und B-Komponente, also wir reden jetzt grundsätzlich, es gibt natürlich Ausnahmen, immer von zwei-komponentigen Materialien oder mindestens zwei-komponentigen Materialien reagieren miteinander, aber ähnlich wie bei den S-Purs, auch Wasser kann mit einreagiert werden, kann auch das ganze System beschleunigen, aber das Wasser hat einen wesentlichen Einfluss auf das Polyurethanharz, nämlich die Bläschenbildung, die der eine oder andere von Ihnen schon sicher festgestellt hat und dann sagt, ja genau, jetzt funktioniert das, jetzt reagiert es mit dem Wasser, wunderbar. Aber diese Bläschenbildung, die ist elementar, weil diese Bläschenbildung ist diese Eigenschaft für dehnbar beziehungsweise dehnfähig. Weil diese Gasblasen, die von einem Harz entstehen, die können sich stauchen beziehungsweise auseinanderziehen und das macht zum guten Teil die Dehnfähigkeit eines Materials aus. Das hat nichts mit Elastizität zu tun und gar nichts. Und das ist das, warum das eben dann auch funktionieren kann. Einsatz im Trinkwasserbereich ist auch möglich. Das heißt, auch hier gibt es unterschiedliche Zulassungen von der klassischen ZDV-Ink früher über DIN EN 1504 bis eben hin zu Trinkwasserbehältern. Es gibt ja unterschiedliche Materialien mit unterschiedlichen Zulassungen. Und gleiches wie für die S-Purs mit den Temperaturen gilt auch für die Polyurethanherze. Auch hier haben wir Mindestanwendungstemperaturen im Regelfall nach Regelwerken, was im Einzelfall dann sicher etwas anders ausschauen kann. Vielleicht nicht für jeden so richtig transparent bis jetzt. Es gibt auch noch andere PU-Systeme, nämlich die druckfesten PU-Systeme. Im Endeffekt haben wir den Weg gehabt, jetzt haben wir druckfeste Systeme. Die reagieren im Regelfall wesentlich schneller als die normalen Injektionsharze, die man so bis jetzt kennt. Die haben wirklich eine hohe Druckfestigkeit, muss man ganz klar sagen. Die kann extrem hoch sein. Die reagieren mit Feuchtigkeit, beginnen sie etwas aufzuschäumen, wobei das dann ein druckfester Schaum ist. Dieser ist allerdings auch dann geschlossenzählig und auch dicht als solches. Und vor allem sie sind nicht nur zum kraftschlüssigen und stabilisierten Verpressen geeignet, sondern auch teilweise bis hin eben im Grundwasser beziehungsweise im Trinkwasser Bereich einzusetzen. Das heißt, da gibt es dementsprechende Untersuchungen, die man auch belegen kann. Interessant ist, wenn wir uns die Mindestanwendungstemperaturen anschauen, die unterscheiden sich hier schon etwas von den anderen komplett. Also da sagen wir jetzt wirklich bei Wasser, wenn es flüssig ist. Wenn es gefahren ist, bringt es natürlich nichts, weil wir auch nichts abdichten, außerbald es flüssig ist. Das heißt, ab ca. einen Grad Celsius, aber damit im Regelfall kaum eine Probleme, die Materialien reagieren mir relativ schnell trotz dieser niedrigen Temperaturen aus. Epoxidharzen, die haben wir heute bei unseren Baustellen schon reichlich gehabt. Von vier Berichten haben sich drei mit Epoxidharzen beschäftigt. Das war auch von uns so gewollt für den Teil 1 des heutigen Vortrags sozusagen, dass man da ein bisschen mehr Schwerpunkte eben auf diesen Kraftstoß hinbringt, um im Prinzip das Ganze dann etwas zu entzerren oder für Sie da draußen nicht zu verwirrend zu gestalten, eben der Einsatz von Epoxidharzen. Wir haben es eben schon vorhin bei den Baustellen gehört, eben kraftschlüssig, druckfest, hoch C-fest und all solche Attribute. Und das Ganze eben extrem wichtig. Auch hier zwei komponentige Materialien, aber wenn Sie unten schauen, Mindestanwendungstemperaturen früher nach Richtlinien oder nach Normung 8 Grad Celsius. Das heißt, wenn man diese 8 Grad Celsius heute noch als Basis hernehmen will oder würde, könnten Sie wahrscheinlich drei, vier Monate im Jahr nichts machen. Selbst der Baubeheizung, wir haben es vorhin bei den Beispielen ja gehabt, bringt Ihnen unterschiedlich wenig bis nichts. Das mag für ein Oberflächenschutzsystem vielleicht noch anders ausschauen, aber in der Konstruktion drinnen, das werden Sie kaum aufgeheizt bekommen, haben Sie kaum eine Chance dabei. Deshalb eben auch diese neuen Materialien, die ja bei wesentlich niedrigeren Temperaturen dann eben auch funktionieren. Und das möchte ich noch zu dir ergänzend sagen, was du vorhin erwähnt hast, gerade mit den schönen Thermometer, finde ich recht gut. Bei niedrigen Temperaturen denkt ja noch jeder dran, dass das Material nicht reagiert oder langsamer reagiert. Bei hohen Temperaturen, gerade im Sommer, denkt kein Mensch mehr dran. Und das ist dann teilweise wirklich ein Problem. Wir werden es dann jetzt gleich auch bei den Produkten dann selber später noch sehen. Das Ganze von den Anwendungsgrenzen, da denkt niemand mehr drauf. Und gerade wenn im Sommer das Material am Transport oben draufsteht und da kommst mit dem Material, was 45 Grad hat, an der Baustelle schon an, weil der den ganzen Tag auf den Container die Sonne hingeknallt hat, dann haben sie ein Problem. Dann haben sie wirklich Wunder Materialien erfunden in dem Augenblick, die wirklich abgehen wie Rakete. Abschließend zu den Produktgruppen noch eine Produktgruppe, die in Deutschland jetzt vielleicht für diesen Bereich nicht unbedingt bei jedem so präsent ist, aber ich sage mal bei allen Ländern, die um Deutschland drum herum liegen, spielt das keine große Rolle und mittlerweile auch bei uns immer weniger. Das ist der Einsatz von Akulatgelen im Rissen. Die Akulatgele haben gerade in dem Rissbereich auch eigene gute Eigenschaften, eben weil sie relativ schnell reagieren, weil sie eben einstellbar sind, das ist der letzte Punkt hier unten unterstellt, also Akulatgele kann man von schnell bis ganz langsam einstellen, das kriegen es bei den anderen Materialien so nicht hin und es gibt natürlich unterschiedliche andere Eigenschaften, vor allem das Quellende, wobei eben Akulatgele selber relativ elastisch oder sehr elastisch sind, das hat aber nichts mit eingangs bei dem vorigen Produkt mit Dehnfähig zu tun. Elastisch und Dehnfähig, das sind zwar völlig verschiedene Begriffe und die dürfen Sie nicht miteinander verwechseln, bitte, das Ganze. Das heißt, für Dehnfähigkeitsverpressung ist Akulatgele nicht geeignet, muss man ganz klar so sagen. Die Anwendungstemperaturen ist ähnlich wie bei den PU-Halzen, eben mit 5 Grad Celsius hier zu benennen. Dieser 5 Grad Celsius kommt eben im Prinzip bei uns eben aus der Zulassung heraus, Akulatgele selber würden auch bei niedrigen Temperaturen noch reagieren, aber wenn man eben von diesen zugelassenen Produkten spricht, hat man irgendwo Mindestanwendungstemperaturen, die um den Dreh herum sind. Hier nochmal zusammenfassend zum Schluss der Produktgruppen selbst, im Endeffekt welche für welche Eigenschaften sie geeignet sind. Wir kommen jetzt zu dem Punkt feuchte Zustände. Hier haben Sie ein paar Beispiele, wo Sie eben das dann eben finden, nach Regelwerken. Auf das wollen wir jetzt nicht weiter eingehen, sondern die feuchte Zustände selbst einmal etwas beleuchten. Da haben wir mal den feuchten Zustand trocken. Der ist natürlich für jegliche Art von Injektion wichtig zu wissen. Also gerade wenn wir um kraftschlüftiges Verpressen reden, ist es schon mal identale Sache, dass der Riss im Regelfall eigentlich trocken sein muss. Es gibt natürlich Ausnahmen, auf die kommen wir dann noch zu sprechen, ganz kurz. Was wir bei trockenen Rissen auf alle Fälle wissen, ist, wir haben keinen Wasserzutritt im Augenblick oder er ist gar nicht erst möglich, weil das irgendwo im trockenen Bereich ist. Also da kann man im Prinzip alle Materialien im Endeffekt injizieren. Bei Rissen, die feucht sind, habe ich zumindest an der Oberfläche eine Farbveränderung drinnen. Diese Farbveränderung gibt mir den Hinweis im Endeffekt, da ist jetzt einmal vor kurzer Zeit Wasser ausgetreten. Das Ganze kann natürlich auch beim Bohren passieren. Wenn ihr ein Bohrloch setzt, also fest, mein Bohrmehl ist auf einmal feucht, an der Oberfläche schaut das trocken aus, dann kann es innen auch feucht sein. Solange da kein Wasser austritt, im Sinne von rausfließt oder rausperdelt, ist es immer noch feucht. Wenn Sie oben hinschauen, was neben feucht steht, da steht der englische Begriff DEMP daneben, in Klammer DP, beziehungsweise die DIN EN 1504-5. Diese Kürzel, die können Sie durchaus in Ausschreibungen immer wieder finden. Zumindest die Frage werden mir oder uns öfters einmal gestellt, was bedeutet das eigentlich? Steht in der Ausschreibung drinnen, Kategorie so und so oder eben feuchte Zustand so und so, was kann ich damit anfangen? Das sind eben die Hinweise darauf, um welche Art von Riss es sich handelt, was den feuchten Zustand angeht. Nass, früher hat man drucklos Wasser für, und der Begriff dürfte wahrscheinlich den meisten bekannt sein, verwendet. Nach allen Instandsetzungsrichtlinien sieht man, man kommt auf alle Fälle Wasser raus. Wasser in Tropfenform, ein leichter Film, das Ganze, wir haben noch keinen Springbrunnen, auf alle Fälle, man sieht, es kommt wirklich Wasser in physischer Form schon wirklich durch und im Gegensatz dann eben zum fließenden Wasser, was eben früher unter Druckwasser war, wo man wirklich einen zusammenhängenden Strom hat, wo es wirklich rausspritzt, das Wasser. Und je nachdem, welches Material oder welche Eigenschaften des feuchten Zustands haben, geben mir die unterschiedlichen Materialien dann eben etwas vor. Und das wird das Verbinde wieder machen. Ja, super, Heiko. Die Feuchtigkeitszustände sind natürlich ganz, ganz wichtig. Wir hatten es ja in den einzelnen Bausteinen auch so ein bisschen angesprochen. Um jetzt einen kleineren Theorieteil noch durchzuspielen, so ein paar Hinweise eben aus den Unterlagen. Wir haben hier dargestellt, die Anwendungsziele nach der Instandsetzungsrichtlinie und auch der ZDV so ein bisschen von früher, Schließen, Abdichten, Kraftschlüssig und Dehnfähiges verbinden. Und wenn Sie jetzt die Anwendungsziele in Kombination setzen mit den von Heiko eben angesprochenen Feuchtezuständen, können Sie jetzt hier also in den Produktgruppen oder konnten Sie mit den Produktgruppen da so ein bisschen hin und her springen und hatten eben den Hinweis auf Polaritane, Epoxidharze oder eben die mineralischen Systeme. Das ist ein bisschen Blick nach vorne schauend oder vorausschauend jetzt nach dieser von Heiko auch schon angesprochenen Europanorm etwas anderes. Hier gibt es also nur noch drei Kategorien Kraftschlüssig, Dehnbar und Quellfähiges Füllen. Heiko, danke, du hast das ja vorhin schon mal angesprochen und hier liegt auch eben der ganz große Unterschied bezüglich dieses Regelwerks, denn das Regelwerk unterscheidet diese Produkte nach ihren Leistungsmerkmalen und ganz, ganz wichtig hier in Rot hervorgehoben, unabhängig von ihrer Materialbasis und jetzt verstehen Sie vielleicht auch so ganz langsam so ein bisschen die Zusammenhänge, warum hat denn die WBAC irgendwie auf einmal druckfeste PUR-Systeme oder sonstige oder elastische EPs vielleicht im Sortiment und das ist also ganz, ganz wichtig, dass die Begründung oder die Darlegung eben hier auch so ein bisschen in dieser 1504-5 liegt. Sie sehen hier in der mittleren Übersicht auch so ein paar Hinweise, was die Verarbeitung an sich betrifft. Das wird gleich nochmal zum Thema werden, wenn man eben dann über diese CE-Klassifizierung nach, die in 1504 spricht oder zu sprechen kommt. Denn ich denke, der eine oder andere hat vorhin gedacht, was sagt denn der Heiko da mit irgendwelchen Nummerncodes oder was war denn das, was dahinter in Klammern steht und das wollen wir Ihnen natürlich als Experten auch nochmal aufschlüsseln und habe das hier einfach mal anhand des Etiketts fürs WEBAC 4110 als kraftschlüssiges Injektionsharz mitgebracht. Dieses UF1 steht also dafür, dass das Material als Anwendungsziel Kraftübertragung ermöglicht, also ein druckfestes kraftübertragenes Material ist. Die W2 beschreibt also die Mindestrissbreite eines Risses. Das kannten wir aus den Regelwerken vorher auch schon immer mal wieder. 0,2 mm. Dann ein ganz, 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 ganz springender Punkt. Hier steht jetzt bei dem 4110 eine simple 1 dazwischen. Feuchtezustand des Risses trocken. Jetzt gibt es hier Produkte eben auch bei uns im Sortiment, wo dann nicht 1 steht, sondern 1, Klammer oder Schrägstrich 3 oder 4, wo dann eben die von Heiko angesprochenen Feuchtezustände berücksichtigt werden können oder eben auch getestet worden sind und da finden Sie dann eben auch die Abgrenzungen. Bei 8, Schrägstrich 30 erkennen Sie als Experten klar, das sind die Mindest- und Höchstanwendungstemperaturen. So viel zum Thema Fohlen-SIVV und 38 Grad plus natürlich sehr problematisch. Und dann haben wir noch einen kleinen, aber sehr feinen Hinweis eben mit dieser 1 dahinter, Rissbreitenänderung bezüglich dynamischer Belastungen. Das heißt, was passiert mit dem Material im eingebauten Zustand bei sich dynamisch belasteten Bauteilen? Brücken, Windkraftanlagen, Bahngleise oder Bahnschwellen, die dynamisch belastet werden, sonstige Bauteile. Da muss also das Material auch funktionieren und da haben Sie mit dem 4110 ein Material, was also auch unter diesen Bedingungen dann eben aushärten kann. Also, ich denke, als Klassifizierungserklärung abgerundet jetzt die Produkte, die wir vorhin beschrieben hatten. Wechseln wir ganz kurz noch in den Bereich der Anwendung. Man unterscheidet grob eben in die Anwendung der Injektion. Das haben wir jetzt häufig schon gesehen und auch einige Baustellenbilder gesehen. Dem gegenüber steht die sogenannte Tränkung. Mittlerweile heißt es dann eben Rissverguss. Das muss man sich so ein bisschen angewöhnen. Auch der Pinsel unten fällt weg und hier haben wir Ihnen eine schöne Animation dargestellt, ein schönes Video, wo Sie die einzelnen Arbeitsschritte sehen können. Hier auf der Bodenplatte also ein schöner Riss, der behandelt werden soll. Unser Kollege Stefan schneidet den auf, saugt das schon sauber ab, dass also auch der ganze Bohrstaub schnell weg ist. Auch hier nochmal das Aussaugen, wie wichtig das ist. Dann kommt er gleich schon zu dem Injektionsmaterial oder dem Vergussmaterial. Ich denke, Sie als Experten ahnen, dass das nur mit Epoxidharzen gemacht wird und auch sinnig ist. Zwei Komponente, wie Heiko das schon angesprochen hat, umgerührt im ersten Gebinde für die Hobbygärtner das Umtopfen, damit das Material vernünftig vermischt ist, keine Reste an den Wandungen kleben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Arbeitsschritt und dann wird dieses Material kontinuierlich von oben eben in die Risse reinlaufen gelassen, bis sich dann in den gesamten Rissbereichen kontinuierlicher nicht mehr, ja, wie soll ich sagen, absetzender Füllstand praktisch einstellt. So, und wenn Sie den Punkt erreicht haben, können Sie das gerne mit einem schönen Ofen getrockneten Quarzsand dann abgießen, abschreuen, können das aushärten lassen und so wie Sie es hier sehen, dann hinterher abwägen und dann sieht man teilweise von vergossenen Rissen im Nachgang eben nichts mehr. Eine ganz spannende Geschichte, die man hier mit den Epoxidharzen machen kann. Ich denke, das haben Sie aber auch schon aus der Praxis mal gesehen oder auch schon mal gemacht, da können Sie hier eben auch mit den Epoxidharzen von uns vernünftig arbeiten. Gut, so, jetzt sind wir schon fast am Ende unserer heutigen Vorstagsveranstaltung am Vormittag angekommen. Kommen wir noch zum Schluss zur Pumpen- und Packer-Technik, wir werden jetzt speziell über Pumpen reden. Ich werde Ihnen einzelne Pumpen einmal zeigen, die es so grundsätzlich am Markt gibt. Das ist eine klassische Membranpumpe, die gibt es von relativ klein bis relativ groß in allen Varianten, sage ich jetzt einmal. Es gibt auch 2K-Pumpen, in dem Fall ist es eine Akulat-Gelpumpe, eben um Akulate zu verpressen. Ein Gerät, was sehr, sehr häufig zum Einsatz kommt. Hier sind jetzt nicht unbedingt die Fans davon, muss ich ganz ehrlich sagen, aber wir wissen es, dass es häufig zum Einsatz kommt, die typische Fettpresse, die natürlich für einen kleinen Ansatz natürlich völlig ihre Daseinsberechtigung hat. Und wir haben es heute ja schon öfters gehabt, eben Druckluftbetriebene Kolbenpumpen und hier haben wir als anderes Beispiel eine elektrisch betriebene Kolbenpumpe. Jetzt würde ich kurz mal bitte Sven bitten, einen Benni einzublenden, der steht vor dem Gerät. Hexenwerk, ich habe schnell die Position gewechselt, nur damit Sie einmal die Pumpe live sehen von den Größenverhältnissen her. Ich denke, die Experten von Ihnen oder auch die Handwerker von Ihnen kennen diese Technik. Der Oberbehälter, wo das Material entsprechend reinkommt, dann wandert das Material hier unten auf dem Verbindungssteg zum Kolbenbereich und über den angeschlossenen Hochdruckschlauch geht es dann hier vorne schon im Prinzip zur Injektionspistole. Man kann jetzt, wenn man über das Thema Druck reden muss, das wird der Heiko gleich nochmal machen, darüber diskutieren, an welcher Stelle hier das Manometer zu sein hat. Das kann man hier vorne an der Pumpe lassen, kann man aber auch umdrehen, vorne zur Injektionspistole bauen und dann hat man, ich sage jetzt mal, die Druckverluste, Reibungsverluste im Schlauchsystem berücksichtigt, dann kommt vorne der Druck an und kann ihn ablesen, um vielleicht auch dokumentieren zu können, mit wie viel Druck man verarbeitet hat. Gut, danke Benni. Du hast gerade das Wort Druck schon erwähnt. Wir haben auch schon ein bisschen Zeitdruck, wenn ich langsam auf die Uhr schaue, aber davon wollen wir uns nicht einmal aus der Ruhe bringen lassen. Wir reden jetzt über Druck, Maximaldruck, der eben im Betonbauteil eben aufzubringen ist oder sollte. Es gibt im Prinzip eigentlich keine Regelung. Es hat ganz früh einmal eine Regelung gegeben mit einer Forstformel, die nichts anderes besagt, als die Würfelfestigkeit von einem Betonwürfel geteilt durch 3 mal 10 ergibt einen maximalen Injektionsdruck. Hier anhand eines C2025 mal dargestellt, 25 für die Würfelfestigkeit geteilt durch 3 mal 10 bin und bei ganz grob gesagt 80 Bar Maximaldruck, den ich anwenden darf. Und das ist eben wichtig, weil wenn der Druck höher wird, gehe ich schlichtweg einfach bei so einem Beton in Gefahr, wenn ich da mit 100 Bar reingehe, den Beton intern im Gefüge zu schädigen. Das sehe ich an der Oberfläche gegebenenfalls gar nicht. Ich habe zwar wunderbare Materialverteilung, weil ich neue Rissläufige, Umläufigkeiten geschaffen habe, weil ich den Beton gesprengt habe. Den eigentlichen Riss, den ich vielleicht erwischen will, kriege ich damit vielleicht eben, wenn ich Pech habe, gar nicht mehr erwischt. Das heißt, ich verpresse eigentlich was anderes, als ich eigentlich sollte. Deshalb immer unser Hinweis darauf, eigentlich beim Inizieren grundsätzlich lieber mit einem niedrigeren Druck anzufangen. Wir werden auch dann gleich noch zum Thema Nachinjektion kommen, der in dem Zusammenhang dann extrem wichtig ist. Aber lieber mit einem niedrigeren Druck anzufangen und sich maximal nach oben irgendwo durchzutasten. Deshalb Bauzustandsanalyse, ganz am Anfang, welchen Beton habe ich denn eigentlich? Wissen Sie das? Ja, wenn nicht, müssen Sie es irgendwie rausfinden, wenn Sie es noch nicht wissen. Pumpen, Packer war jetzt das Thema. Wir haben das in Packer in zwei Teile aufgeteilt. Zuerst einmal die Klebepacker. Die haben Sie schon vorhin am Beispiel seiner Betonbalken gehabt. Wir sehen es hier an der Skizze mittendrin, den typischen Klebepacker auf der Oberfläche aufgeklebt mit dem berühmten Arretierungsstift. der in der Mitte drinnen ist. Nichts anderes als Stahlnagel, um im Prinzip den Packer in Position zu halten, um ihn zu verschieben. Interessant ist noch der Abstand von solchen Klebepackern. Da sie an der Oberfläche aufgeteilt wird, geht man davon eigentlich aus, dass Bauteilstärke der Abstand von Packer zu Packer ist. Und damit sehen Sie schon, ich kann ein Bauteil mit 20, 25 cm, ist damit kein Problem, damit zu bearbeiten. Wenn ich jetzt eine Bodenplatte hätte, der 1,80 m stark ist, da wird natürlich der Klebepacker wahrscheinlich nicht zielführend sein. Wir haben auch hier einen kleinen Film. Entschuldigung, ich war zu schnell. Sie sehen wieder den Kollegen Stephan. Die Oberfläche vorbereiten, das ist ganz, ganz wichtig, damit auch der Dämmspachtel und Klebespachtel für die Packer auch an der Oberfläche haftet. Hier rührt er das Material an, den Spachtel, spachtelt gleich den Packer fest, wird der Batzen drunter angeklebt, kommt oben drauf, dazwischen ist der Nagel, um das eben offen zu halten. Dann werden die Packer selber eingespachtelt, das Bild wollen wir eigentlich nicht so sehen, wenn ich genau bin, und danach eigentlich alles verdämmt. Hier das Anrühren eines Epoxidharz wieder, wie wir es vorhin auch gehabt haben, die Pumpe kennen Sie bereits von eben und jetzt wird im Endeffekt das Injektionshalz in diesem Fall von unten nach oben injiziert. Das ist wichtig, von unten nach oben. Sie sehen, er presst so lange, bis beim nächsten darüberliegenden Packer das Material austritt, das heißt, da ist Karnippel drauf und so arbeitet er sich von unten nach oben durch. Sie sehen auch schön an der Animation, wie sich das Material in der Konstruktion verteilt und jetzt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich vorhin erwähnt habe, eben das Nachinjizieren. Ihnen wird unweigerlich Material abfließen und das müssen Sie ergänzen. Und wenn Sie dann fertig sind, das Material ausgeertet ist, können Sie im Endeffekt dann den Spachtel und die Packer wieder entfernen, die Oberfläche nachher profilieren und dann ist das Ganze auch schon durch. Den Klebepackern gegenüber stehen dann die sogenannten Bohrpacker, die hier auch dargestellt sind mit den Skizzen. Ich will Ihnen dieses Bild jetzt zum Abschluss nicht komplett erklären. Der Abstand der Bohrpacker ist halbe Bauteilstärke bezogen auf normale Bauteildicken. Also ich denke, so eine Grenze liegt irgendwo bei 50, 60 Zentimeter. Alles, was darüber hinausgeht, ist entsprechend anders zu planen und ich denke, die Planer und Fachleute von Ihnen berücksichtigen solche Sachen auch. Da muss man mit den Bohrabständen ein bisschen hin und her springen. Wenn man jetzt hier bei den Bohrpackern das Ganze macht, klar, man macht eine Bohrung in das Betonbauteil, in die Risse rein, nicht stumpf, wie das Heiko bei dir vorhin auf der Baustelle gewesen ist, nach Regelwerk wird immer schräg angebohrt und dann unterscheidet man hier im Bereich der Packer eben in Schraubpacker oder Schlagpacker im rechten Bildbereich zu sehen. Zu der Ausführung selber habe ich Ihnen hier eine kleine Animation nochmal mitgebracht, die eben das ganze Verfahren nochmal etwas einfacher darstellt. Wir haben also das Anbohren des Risses mit den Bohrkanälen, sauber machen der Bohrkanäle, die Packer einsetzen, bevorzugt natürlich wieder ohne Nippel, wir weisen da hier dann nochmal drauf hin, dass das ganz wichtig ist, ob Sie eine Verdämmung einbauen, ja, nein, das können Sie sich überlegen, je nach Materialauswahl und hier ganz, ganz wichtig, die Injektion von einer Seite zur anderen, bis man, Heiko, wie du es vorhin perfekt gesagt hast, bis entweder das Material am Nachbarpacker rauskommt oder man eben Schadstoffe, Wasser, wie auch immer, verdrängt hat, dass sowas dann vernünftig von der Befüllung her durchgezogen wird. Das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Im linken Bereich wichtig, die Risswurzel, die ich vorhin schon angesprochen hatte beim SIVV, dass die also offengelassen wird, nicht, dass auf den letzten paar Zentimeter noch ein Druckaufbau im System entsteht und die Verdämmung möglicherweise aufplatzt oder eben zu weiteren Schäden kommt. Wir sind tatsächlich im Bereich der Zusammenfassung angelangt. Ein paar kleinere Hinweise, damit wir das jetzt abrunden können, möchte ich Ihnen noch ganz kurz zeigen. Wir haben immer über die Verdämmung diskutiert, gesprochen. Was ist die Verdämmung? Wofür ist sie überhaupt? Ganz klar, die Verdämmung ist ein kunststoffmodifizierter Spachtel, den Sie hier auf die Rissbereiche auftragen und aufbringen, um eben das Auslaufen des Füllgütes zu verhindern, dass Sie den Arbeitsschutz in den Vordergrund stellen, Ihnen also keine Materialien in die Augen spritzen, dass Sie eine kontrollierte Injektion machen können und vor allen Dingen dann, dass Sie also auch wirklich die kalkulierten Materialverbräuche vielleicht hinbekommen. Es gibt elastische Spachtelsysteme für sich dynamisch belastete Bauteile oder im Starre Systeme, wie man sie im Normalfall denn einsetzt. Ich denke, das sehen Sie hier auch rechts angedeutet, hatten Sie in den Videos auch schon gesehen. Von unten nach oben, von links nach rechts ist eine ganz, ganz wichtige Info, die man hier also einhalten muss. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, auch das so als Resümee von den Lehrgängen immer wieder, Schnellzemente sind vorzuhalten. Ja, die sollten Sie immer als Havarie-Spachtel mitnehmen, aber die Befestigung von Klebepackern machen Sie bitte nicht mit Schnellzementen. Wichtige Arbeitsschritte und wichtige Festlegungen überhaupt für die vernünftigen Abläufe sind eben, wird eine Verdämmung verwendet. Meistens ist es so, dass man bei EPs die benutzt und bei PUs nicht so viel, weil die schnelle Reaktion durch den Wasserkontakt und das Aufschäumen ja entsteht. Den Untergrund vorbereiten, die Druckbereiche vorlegen, Heiko hat es gesagt, mit den Betonqualitäten, mit den Eigenschaften und vor allen Dingen ganz, ganz wichtig den Begriff der Nachinjektion. Da haben wir dann wirklich fast die letzte Folie hier, die Nachinjektion. Jeden Packer im Nachgang nochmal mit einem Paarpumpenhub zu beaufflagen. Das Material, was kapillaraktiv weggewandert ist, was vielleicht Rissbereiche, die Sie vorher nicht gesehen haben, erwischt haben, einfach zum Auffüllen des eigentlichen Rissquerschnittes. Nicht, dass nachher, nach der Entfernung der Verdämmung oder nach Begutachtung der Oberflächen, vielleicht sogar durch einen Bohrkern, auf einmal der Bohrkern auseinanderfällt oder weil der Riss eben leer gelaufen ist. Und das ist ganz, ganz wichtig in dem Zusammenhang, dass es da keine Probleme gibt. Regelwerke hatten wir auch angesprochen, das nur rein informativ als Auszug. Wenn Sie dazu Fragen haben, sprechen Sie uns bitte an, genauso was eben auch die Materialauswahl trifft. Hier haben wir in unserem Produktkatalog einen schönen Kompass. Falls Sie den Roland, falls Sie den Heiko und ich in der Baugrube befindlich nicht erreichen, dann können Sie hier in unserem Produktkatalog rumblättern und haben hier schon mal eine Möglichkeit, grob das Ganze auszuwerten oder vielleicht in die richtige Produktgruppe praktisch zu gelangen. Danke, Benni. Ja. Wenn wir so feststellen, sind wir tatsächlich jetzt am Ende unseres Vortages angekommen. Das, was uns jetzt noch übrig bleibt, ist, in Roland einmal zu fragen, ob sich was im Chat getan hat, ob es irgendwelche Fragencluster gegeben hat. Wenn ja, kannst du jetzt gerne ein, zwei Fragen an uns stellen. Das sollte man noch zeitmäßig hinkriegen, das Ganze. Okay, ja, es war einiges los. Die Frage, die am häufigsten gestellt wird, ist die Frage, die immer am häufigsten gestellt wird. Gibt es zu diesem Seminar noch irgendwie ein Download oder ein PDF, eine PDF-Datei, die den Seminarteilnehmern zur Verfügung gestellt wird und dementsprechend auch, ob es eine Teilnahmebestätigung geben wird? Ja, gute Frage. Kann ich eigentlich mit einem relativen eindeutigen Nein beantworten, das Ganze. Also es wird kein Online-Such festgelegt werden, dass das Ganze wirklich noch einmal online gestellt wird, das Ganze. Es gibt natürlich nur eine geringe Zusammenfassung über unsere Unterlagen, natürlich, das natürlich sehr wohl. Also wir haben ja früher die Seminarunterlagen mal gehabt, das Ganze, also insofern gibt es da schon so etwas, aber nicht auf dieses Seminar im Speziellen bezogen. Und gleich, es gilt natürlich auch für die Teilnahmebestätigung, Teilnahmebestätigung würde man nur dann ausstellen, wenn die mögliche physische Betreuung dann vor Ort dann da ist, dass wirklich man da wirklich, der Mann, der Frau wirklich selbst physisch anwesend ist, dann könnte man sowas ausstellen. Online-mäßig macht das aus unserer Sicht leider keinen Sinn, das Ganze. Sprechen Sie uns aber grundsätzlich bitte an, wenn Ihnen die theoretischen Inhalte, die Erklärung von den Klassifizierungen und so weiter, die stellen wir natürlich zur Verfügung oder stehen an Ihrer Seite, da wissen unsere Aussehensmitarbeiter, wir alle wissen darüber im Prinzip Bescheid. Wir haben immer die Probleme mit den Baustellen, diese Baustellenbilder, das wollen wir nicht so gerne verteilen, aber wie gesagt, wenn Sie bestimmte Punkte brauchen, die sich notiert haben, melden Sie sich bei uns, gar keine Frage. Gut, dann gab es noch eine Frage zu diesem Video von unseren Kollegen aus Berlin. Könnt ihr etwas zum Geruchstest bei dem austretenden Wasser sagen? Welche Aussagen könnten daraus abgeleitet werden? Das ist spannend. Jetzt müssten wir unseren Telefonjoker Bodo hinzuziehen, der das im Prinzip beantworten kann. Ich hatte das vorhin auch schon mal so ein bisschen gesagt, die Unterscheidung, haben wir es mit stehendem Wasser vielleicht zu tun oder haben wir es wirklich mit rückendem Wasser zu tun? Ist ja im Prinzip eine ganz interessante Untersuchung, ob sich ja, ich sage mal, auch unterhalb dieser Bodenplatten vielleicht was tut, ob es da eine Wasserader gibt und was unten drunter läuft und damit vielleicht die Injektionsebene in einen anderen Bereich gelegt werden muss, bevor man diese Risse in dem Sinne appliziert. Ich muss mich entschuldigen, das Video ist sozusagen als Bauzustandsanalyse-Video wirklich geeignet. Ich habe die Baustelle leider nicht gesehen. Müssten wir mit dem Kollegen vielleicht noch mal sprechen. Ich denke, riechendes, stinkendes Wasser als Indikator macht natürlich eine andere Aussage und eine andere Behandlungsmöglichkeit nachher, als wenn wir wissen, das ist frisches Wasser, dass da irgendwie was anderes ist. Vielleicht hinsichtlich Untersuchungen oder was noch gemacht werden muss. Okay, dann eine Frage zu dem Bauvorhaben U-Bahn München. Warum wurde keine elektrische Kolbenpumpe dafür verwendet? Hier hat es damals schlichtweg noch nicht gegeben. Das ist relativ einfach zu beantworten. Und noch eine Frage abschließend zu Bennys Thema mit den Elementwänden. Wozu dienen denn diese Sternenrohre? Ja, das müsste man jetzt natürlich wieder die Planer und Hersteller dieser Konstruktion eigentlich sprechen. Ähnlich wie bei jeden Betonbodenplatten auch Dehnungsfugen. Eckbereiche sind natürlich besonderer Belastung ausgesetzt und dann werden die da häufig konstruktiv reingesetzt, um eben diese Längenänderung, die Dickenverhältnisse ein bisschen zu entzerren. Und gerade auf diese Wandkonstruktionen hier in den Tiefgaragen, was ich gezeigt habe, da sind unheimlich viele von diesen Dehnungsbereichen vorgesehen und eingeplant gewesen. Also ich denke, man kann jetzt sinngemäß sagen, das ist praktisch die Dehnfuge der Elementwand. So würde ich es argumentieren. Roland, hast du noch ein anderes Argument oder kannst du aus deiner Sicht noch irgendwas dazu sagen? Nein, das hätte ich jetzt genauso gesagt. Ich wollte es einfach nur von euch mal noch mal reinstellen. Abschließend noch einmal zur Tiefgaragendecke von Heiko. Warum wurden die Packer in der Decke schräg oder leicht schief gesetzt und in welchen Flächen sollten Entlüftungspacker denn überhaupt vorgesehen werden? Müssen sie vorgesehen werden prinzipiell? Also Entlüftungspacker oder Bohrungen sind grundsätzlich immer vorzusehen. Also um das komme ich nicht drum herum, ganz ehrlich gesagt. Das leicht schräg bohren, das hat eher was mit der Bewährung zu tun gehabt, nachdem man, wenn man eine Reihe sich angezeichnet hat und festgestellt hat, ups, da ist das Eisen drinnen und die Bohre reicht schräg rein, damit komme ich dann durch, hat eher diesen Hintergrund, das war jetzt nicht mit Absicht gemacht oder so ähnliches, sondern hat wirklich rein bohrtechnische Gründe, weil man will natürlich auch nicht die Bewährung da vollflächig auf der Gesamtlänge durchbohren. Das ist auch nicht unbedingt notwendig. Also von meiner Seite aus wäre es das gewesen. Ich möchte mich noch einmal bei den Teilnehmern bedanken für die rege Teilnahme am Chat. Es sind gute Fragen hier angekommen. Die Fragen, die wir bis jetzt nicht beantworten konnten, werden wir natürlich im Nachgang für Sie nochmal für Zufriedenheit beantworten. Dankeschön. Danke Roland für deine Hinweise. Mir bleibt jetzt nichts mehr anderes übrig, als auf unseren zweiten Seminarteil noch zu verweisen, der genau heute in vier Wochen stattfinden wird, nämlich am 1. April. Wenn wir uns jetzt dann endgültig verabschiedet haben, wird für Sie noch einmal am Bildschirm ein Fragebogen auftauchen, den Sie gerne beantworten können. Sie müssen ihn nicht, aber uns wäre es wünschenswert zu beantworten, ihn bitte. Es ist anonym, es gibt also keine Auswertung dazu, wer welche Fragen da irgendwie beantwortet hat. Es ist jetzt nichts Dramatisches, es geht hier wirklich nur um das Seminar an sich selbst, wo wir dazu verpflichtet sind, das eben so zu machen. Aufgrund gewisser Regularien ich kann mich nur bei meinen beiden Kollegen vor Ort im Seminarraum bedanken, beim Benni und beim Roland, bei unserer Technik draußen, beim Sven, der das Ganze wieder hervorragend organisiert hat, dass wir beide oder wir drei das da so lockerflockig rüberbringen können und bedanke mich bei allen, die da draußen vor dem Bildschirm sitzen für die rege Teilnahme. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Freitag und ein schönes Wochenende und bleiben Sie bitte uns gesund. Dem kann ich mich nur anschließen. Herzlichen Dank hoffentlich für das komplette Durchhalten. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht mit uns Verrückten hier. Wir sagen herzlichen Dank. Vielleicht sehen wir uns beim zweiten Seminar dann auch mit dabei. Auch da werden wir ein paar interessante Projekte, Sachen anbringen. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Tschüss aus Hamburg.